Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 345. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Mitgesangsmeister Herr Basti. Gude und Grüße. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der Gitarrenspielende Herr Marvin lässt sich entschuldigen, der ist arbeiten. Und Frau Alex ist, glaube ich, im Skiurlaub oder arbeiten oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Tätlich. Ja, es ist fürchterlich. Genau, wir haben uns entschlossen, zum Ende der Woche das hier nochmal ganz entspannt ausklingen zu lassen, nachdem alle anderen Fußball-Podcasts hier Woche ja nichts abgeliefert haben, wie man auf Twitter lesen konnte. Grüße gehen raus. Wollten wir jetzt hier die Woche nochmal entspannt zu Ende führen. Der Hauptgrund ist, wir haben gewartet, bis diese UEFA-Entscheidung durch ist. Die war ja für heute angekündigt. Und ich glaube, damit starten wir dann auch mal rein, weil das so das Thema ist, was uns irgendwie am meisten unter den Nägeln brennt. Und ich würde mal das umschreiben wollen mit Schwein gehabt ist schon fast ein Ticken zu viel. Also das ist irgendwie so mit ganz viel Glück da nochmal irgendwie durch. Die Entscheidung ist, dass es 50.000 Euro Geldstrafe gibt. Die Bewährungsstrafe wird von zwei auf drei Jahre verlängert. Aber es wird eben noch nicht quasi die, was ist das, Option? Nee, Option ist es nicht. Also quasi die Strafe wird nicht gezogen. Das heißt, wir haben keinen Fan-Ausschluss. Die Bewährung wird nicht in Vollzug gesetzt, sozusagen. Genau, vielen Dank. Da spricht... Ausgesetzt, besser gesagt. Es ist wunderbar, dass wir einfach nur ein Jahr länger bekommen haben. Und du hast ja schon richtig gesagt, es waren nur 3.200 Karten. Das war aber ja abzusehen. Das Mindestkontingent ist es ja, glaube ich... Das sind die 5%, ja, die es ja quasi gibt. Also das ist ja das, was in den UEFA-Statuten festgeschrieben ist, dass eben die Mindestmenge, die abzugeben ist, an den Gastvereinen sind 5%. Das wären exakt 3.200 Karten für Lissabon. Und ich glaube auch ganz ehrlich nicht, dass da noch irgendwie viel mehr zu holen ist, weil die ja schon auch da irgendwie selbst so ein bisschen Bock haben auf das Fußballspiel. Und ich glaube, das Stadion an sich ist jetzt auch nicht so mega groß. Also von daher wird es da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel mehr geben. Aber unterm Strich, wir hatten drauf gehofft, dass wir da nochmal die Möglichkeit haben. Das war ja auch immer so diese Diskussion mit Anlehnung an die damalige Entscheidung in Bezug auf Köln. Dass das da nochmal gut geht. Und ja, jetzt heißt es aber definitiv auch für Ordnung sorgen, da nochmal alle drauf einschwören, weil ich glaube, nochmal so viel Glück haben werden wir da nicht. Ja, also ich denke, da hast du ja fast schon den Hauptteil vorausgenommen. Also es ist natürlich eine super Entscheidung für uns. 3.200 Karten wird natürlich den Umfang niemals ausreichen, um die Lust der Fans zu stillen. Ich glaube, es werden wahrscheinlich wieder 20.000 Leute fahren wollen. Mal sehen, am Montag, glaube ich, oder irgendwas, ich glaube, 1. April, meine ich, geht es los mit den Bestellungen. Ist ja wieder dieses Verfahren mit verschiedenen Auswärtsdauerkarten, dann die Fanclubs und so weiter und so fort. Also wird wahrscheinlich ohnehin sehr, sehr schwierig, eines der begehrten 3.200 Tickets zu bekommen. Aber wie gesagt, ich tippe, da gehen wieder 20.000 Bestellungen ein. Die Leute, wenn man sich aktuell auch wieder die wunderbaren Flugpreise und Hotelpreise anguckt, die im Minutentakt nach oben geschossen sind, an denen dieses Urteil gemacht wird. Ja, das war ja sowas von klar, dass das da gleich irgendwie direkt hoch geht. Genau, also Bestellphase beginnt. Ich habe es gerade nochmal aufgemacht. 1. April, 10 Uhr, ausschließlich per Online-Formular. Und das läuft dann quasi wieder in diesem 3- oder 4-stufigen Prozess. Erst Dauerkartenbesitzer, dann Fanclubs mit irgendwie Verteilschlüssel und dann ... Aber wichtig, auch die Auswärtsdauerkartenfahrer, denn die Heimdauerkartenfahrer sind eher nicht so interessant und wichtig. Ja, genau. Und dann am Ende, falls noch was übrig sein sollte, Klammer auf, glaube ich nicht dran, Klammer zu, dann wäre quasi freier Verkauf, aber ... Würde mich doch sehr wundern. Ja, Basti, deine Emotionen. Ich bin gespannt. Ich habe keine, ich bin ja nicht da. Du bist zwar nicht da, aber es ist ... Also du wirst doch trotzdem da Emotionen so haben. Nee, ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass das so kommt, weil im Vorfeld wirklich viele valide Argumente ausgetauscht wurden und selbst Schickart hat das ja im Heimspiel gesagt, wo Marvin zu Gast war, der gesagt hat, man kann das nicht mit den Vorfällen in Rom vergleichen und die Bewährung war darauf ausgelegt, zu sagen, das müssen deckungsgleiche Fälle sein. Das war es nicht. Weil wir haben es ja auch schon besprochen, das war im Endeffekt keine geplante Pyro-Aktion, sondern es war vereinzelt irgendwie zwei, drei Leute, die da ausgeschert sind. Das hat die UEFA, glaube ich, gesehen. Ich glaube, die UEFA hat auch gewürdigt, dass die Ultras ganz klar sich davon distanziert haben. Das heißt, das ist nicht so dieser typische Konflikt zwischen Fans und UEFA, sondern hier in diesem Fall waren sich, glaube ich, alle einig. Selbst Ultras und UEFA waren sich in dem Fall einig. Das ist ja eigentlich fast ausgeschlossen normalerweise. Das hat da auf jeden Fall mit reingespielt. Und ich glaube trotzdem, dass das auch ein bisschen Opportunismus von UEFA ist, zu sagen, die wollen die Bilder haben. Ja, klar. Die wissen, dass die Eintracht dieses Jahr fast, das hört sich vielleicht ein bisschen an, aber fast diesen Wettbewerb trägt auch so ein bisschen. Also ich glaube, viele Leute... Fast, also ich glaube schon, dass das... Also es ist... Wenn ich mir die anderen Spiele angeguckt habe... Gut, ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber so ein paar hat man sich ja schon angeguckt und du vergleichst das, was da los ist, mit dem, was dann Eintracht... Die Eintracht-Fans da auch gerade heim- und auswärts irgendwie abreißen, dann ist das schon eine ganz andere Nummer. Ist ein guter Punkt, Leute, weil auch die internationale Berichterstattung hat sehr viel, auch mit der Eintracht, wenn du verschiedene internationale Medien dir angeschaut hattest, war sehr viel, auch über die Eintracht, über die UEFA EuroLeague dann berichtet worden. Ich glaube, das kommt auch nicht so oft vor und für uns als Bundesliga etc. ist das natürlich sowieso in jeder zweiten Sendung wird ja davon gesprochen, die Eintracht hält die Fahne hoch. Ja, ist definitiv so, für uns super wichtig. Vor allen Dingen vielleicht auch gerade jetzt in der Situation, wo du ja als UEFA-FIFA da irgendwie diesen ganzen Kram mit dieser Neuordnung, dieser Wettbewerbe mit irgendwie Club-WM und jetzt demnächst noch irgendwie diese Überarbeitung der Champions League, was ich auch noch nicht ganz durchdrungen habe, aber wo ja auch irgendwie was ansteht, dann auch mal zu zeigen an der Stelle, hey, wir machen auch was für die Vereine und B aber auch zu zeigen, so nach dem Motto, ey, so uninteressant ist der Wettbewerb gar nicht. Ja, also kann da vielleicht auch noch so ein bisschen in das Thema mit reinspielen. Ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen wie, weiß ich nicht, eigentlich echte Arschloch-Eltern, die ihr Kind zu Hause die ganze Zeit anschreien und sobald aber irgendwie die im Rewe sind, machen die das nicht, weil die dann denken, die Leute gucken zu. So, ich glaube, ich stelle die These auf, wenn die Eintracht vorher in Krasnodar gespielt hätte und es eben nicht diesen Hype in Europa gegeben hätte, mit, was wir gut vorher auch schon hatten, mit Zypern, da gab es die ganzen Berichte, die laufen ja nicht nur hier in Frankfurt, sondern die laufen ja in ganz Deutschland, die laufen international, werden auch Leute auf die Spieler von Eintracht aufmerksam, was auch dafür sorgt, dass man wirklich so geile Bilder hat, wo Jovic ist 1-0, macht das Stadion, explodiert. Ich glaube, wenn das in Krasnodar gewesen wäre, hätten wir vielleicht gar nicht so eine gute Verhandlungsposition gewesen und das Letzte, was ich noch anmerken will, ist, glaube ich, auch vielen Dank an Lissabon und Mailand selber, wo die Vereine auch gesagt haben, ich glaube, Inter hat zu unserem Verantwortlichen gesagt, ey Leute, macht euch nicht so Kopf wegen so zwei, drei Idioten, ihr wart echt mit, die geilste Mannschaft, die hier in den letzten Jahren aufgetaucht ist und Lissabon hat auch gesagt, sie werden sehr, sehr, sehr traurig, wenn die Eintracht-Fans nicht kommen. Das heißt, du hast im Gegensatz zu Rom, hast du wirklich auch hier diese Gastfreundschaft gespürt, die da auch dafür gesorgt hat und das dürfen wir auch nicht mal vergessen. Ich will das auch jetzt mal, wenn man darüber spricht, wird mir der Fokus auch viel zu sehr auf diese fünf Leute gelegt. Natürlich sind das die einprägsamsten Bilder, aber worüber überhaupt nicht geredet wird, ist, dass da wirklich 15.000 bis 20.000 mindestens in der Stadt waren und das ist überhaupt nichts passiert. Es ist nicht mal im Verhältnis. Ich meine, es ist hier Rett auf den Boden geschmissen worden. Wenn du das so ins Verhältnis setzt von denen, die da sind, zu dem, was da halt passiert ist, dann ist das so im dritten Nachkommabereich. Auch was für Situationen in der Stadt entstehen können bei so vielen Leuten. Ja, das ist ja das, was ich meine. Rom hat sich ja mit Händen und Füßen gewehrt, hat gesagt, da sind Bestien eingelaufen, bla, bla. Du reist an, du fährst über die Autobahn, es gibt Kontrollen auf der Autobahn, es wird geflogen, dann wird es ein Fanmarsch, dann bist du da in der Innenstadt. Da kann ja Gott weiß, was passieren. Da wird eine Kneipe angegriffen. Gar nichts, nichts, nichts dergleichen ist passiert. Es waren wirklich nur diese zwei Leuchtspuren, die die Hand verlassen haben. Und ich glaube, und ich bin auch froh, dass es mal so ein rationales Urteil gibt, waren aber davor zu sagen, dass man jetzt demütig dankbar sein soll, weil im Endeffekt hat man auch Argumente dafür. Also es ist nicht so, dass jetzt hier wir in der Twilight Zone sind und denken, haha, die UEFA hat uns jetzt hier aber ganz schön rausgelassen, sondern man kann auch wirklich juristische Punkte finden. Das finde ich, soll man in der Diskussion nicht vergessen, dass man da jetzt nicht so eine unfassbare Dankbarkeit hat, dass mal Kollektivstrafen ausgesetzt werden, die sowieso scheiße sind. Also das muss man auch mal sagen. Selbst wenn die Verurteilung da gewesen wäre, hätte jeder plötzlich gesagt, ja, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen, weil einfach die öffentliche Diskussion ständig in diese Richtung geleitet wird. Es wird aber nie mehr darüber diskutiert, ob man nicht einfach dahin kommen muss, dass man Einzeltäter bestraft, wie das in jedem anderen Bereich übrigens auch ist. Also es ist ja, also das kann ja nicht der Wunsch sein, dass das so bleibt, dass das selbstverständlich ist, dass wenn fünf Leute sowas machen und die anderen 15.000, werden damit reingezogen und die Schuld hier ganz alleine bei den Fünftern liegt. Natürlich tragen diese Fünf die Hauptschuld. Trotzdem trägt aber auch das System dann eine Mitschuld zu sagen, okay, wir wissen uns nicht anders zu helfen, anstatt alle zu bestrafen. Also das ist trotzdem eine Grundsatzdiskussion, die weitergeführt werden muss, damit man in Zukunft bei sowas gar nicht mehr Angst haben muss, sondern dann sollen die sich die fünf schnappen, sollen die nach den Gesetzbüchern verurteilen und fertig. Und wenn die es nicht können, das muss ein Rechtsstaat auch aushalten, dann ist es halt so. Wenn Dennis und ich jetzt eine Bank überfallen, maskiert, und wir kommen raus und fahren in einen anderen Ort und die erwischen uns nicht. Was willst du denn dann machen? Willst du denn alle Banken in Deutschland schließen und sagen, ja, wir haben die nicht erwischt, wir müssen jetzt mal hier gucken, wie die Strafe... Es ist halt so, das gibt es ja auch, es gibt auch Verbrechen, schlimmere Verbrechen übrigens, die nicht aufgeklärt werden. So, das müssen wir, glaube ich, auch aushalten. Ansonsten kannst du in ganz vielen Bereichen durchdrehen und wenn das dann halt im Stadion mal so ist, dann ist es so. Und wenn die erwischt werden, dann müssen sie eine Strafe kriegen. Ich glaube nicht, dass ein Fußballfan auf der Welt sagen würde, ey, jetzt haben die die erwischt, die arm. Der arme Typ hat eine Rakete auf Perisic geschossen und jetzt ist der arme Käfer erurteilt worden. Also Leute, dann muss... Da hast du völlig recht. Man muss natürlich auch sagen, zu deinen Argumenten zählt ja auch dazu, dass, wie du es auch schon gesagt hast, diese klare Distanzierung der Fangruppen gegenüber, ja, ich sage jetzt mal eigentlich das ganze Stadion mit den Gesängen dann auch und ihr wollt Eintracht Frankfurt sein und so weiter ist natürlich auch nochmal ein klares Bekenntnis, wo du sagen kannst, okay, ihr bietet denen jetzt keinen Schutz und Unterschlupf und ja dann auch wieder sagen könntest, okay, dann wird eben wieder diese dämliche Kollektivstrafe gemacht. Ne, finde ich, hast du völlig recht, Basti, auf jeden Fall. Und, was man ja auch sagen muss, man hat mal gemerkt, die UEFA kann tatsächlich urteilen im Sinne der, ja, im Sinne des Verständnisses des Fans, des normalen Fans, denn es gab doch auch diesen Teilausschluss jetzt der Fans von Schachter Donetsk für rassistisches Verhalten, ne, das ist auch wieder mal so ein bisschen, da siehst du wieder, das war ja wirklich auch wieder absolut daneben, da müssen die Leute jetzt auch, glaube ich, beim nächsten Spiel, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob ihr da so ein bisschen mehr Informationen habt, da wird wohl ein Banner statt der Fans im Stadion sein mit diesem Equal Game und so weiter. finde ich eine tolle Sache, dass im Endeffekt, du siehst, ja, es gab einen Peit-Juden, ich weiß nicht, ob da jetzt die Donetsk-Fans, die anderen gesagt haben, oh, was seid denn ihr für Schweine, ihr beschimpft da jemanden rassistisch, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das passiert ist, sondern im Endeffekt diese Gesamtheit dann da bestraft wird, finde ich auch in Ordnung, dementsprechend, ja, bei uns natürlich ein Riesen, wir müssen es aber trotzdem, Basti, auch wenn du sagst, wir müssen jetzt nicht riesig dankbar sein, wir haben es halt auch alles schon anders erlebt, und dementsprechend sind wir einfach nur froh, dass die Leute ein bisschen Hirn eingeschaltet haben. Ich wollte gerade sagen, das ist so der eigentliche Punkt, über den ich froh bin, dass man hier endlich mal eine Entscheidung auf Basis von Fakten, von Tatsachen, von wirklich Argumenten ausgetauscht hat und nicht in diesen ganzen Diskussionen, wie sie ja in Politik und sonst wo gerade geführt werden, auf Basis von Bauchgefühl. Von Stimmungen und genau. Von aktuellen Atmosphären, genau wie du es sagst. Also da bin ich halt echt froh drüber und wie du schon richtig sagtest, Basti, wir hatten Argumente, man hat die sich angehört, man hat auf Basis denen geurteilt, man hat alles das in dieses Gesamturteil mit einbezogen und hat ein Urteil gefällt, in dem Fall zu unseren Gunsten und von daher können alle die, die jetzt auswärts fahren wollen und nicht wie Basti zum Beispiel einfach da nicht dabei sind oder die halt einfach das Glück haben, eine Karte zu bekommen, können da hinreisen und der Joe hatte im Chat gerade eben noch gefragt, ob die Karten oder er hat geschrieben, er glaubt, dass diesmal die Karten nicht namentlich registriert sind. Das ist korrekt. Du musst zwar deinen Namen und so weiter die Daten bei der Bestellung mit angeben. Das ist Vorgabe der UEFA, aber die Tickets an sich sind nicht personalisiert. Ja, sie haben eine Nummer drauf wieder. Ich glaube, das war doch auch in Mailand schon der Fall, dass auch nicht der Name drauf stand. Was aber wohl ist, du hast das Problem, dass du, falls Leute jetzt überlegen sollten, naja, 3200 ist ja egal, dann kaufe ich eben Karten von Lissabon. Wird schwierig. Es gibt wohl nur einen Verkauf, zumindest jetzt zu Beginn, für Mitglieder. Mitglieder gibt es mehr als genug in Lissabon. Das wird sehr, sehr, sehr schwierig und auch die Fans sind wohl relativ heiß drauf. Also es wird sehr, sehr schwierig. Kann also sein, dass wenn der ein oder andere mit dem Gedanken spielen sollte, da Probleme haben könnte. Ich glaube schon, die Eintracht-Fans sind sehr kreativ. Ja, das denke ich auch. Ich bin da fest von überzeugt, dass mindestens 5000 in diesem Stadion ist. Die Cese stelle ich hier auf, dass du auch andere Blöcke sehen wirst, wo sich ein paar Eintracht-Fans sammeln. Und man muss auch dazu sagen, ich habe heute schon auch Stimmen vernommen, die sagen, nur 3200. Leute, das macht die Eintracht andersrum auch nicht anders, weil man erstmal will, dass die Heimfans im Stadion sind. Das ist halt in Lissabon auch erstmal so, dass sie probieren, die mit ihren Fans vollzukriegen. Das ist ja auch vollkommen verständlich. Ich stelle dir mal vor, ich stelle dir mal vor, die Eintracht hätte Schachtjord Donetsk einfach mal 10.000 Karten gegeben, weil die das unbedingt wollen. Dann können von uns 5000 wir die uns steuern. Das macht die Eintracht auch nicht. Ich wollte gerade sagen, da hätte aber umgekehrt dann auch der ein oder andere sich beschwert. Also ich glaube, man kann über diese grundsätzliche Regelung streiten, weil ich finde es auch ein bisschen wenig. Ich finde diese 10 Prozent, die in der Bundesliga sind, die finde ich eigentlich besser. Das finde ich ein schönes Verhältnis. Wenn du sagst, 50.000 auf Stadion, 5000 Aussatzfans ist okay. Ja gut, ich glaube, das ist ja noch so ein bisschen auch unter der Theorie entstanden, dass eben auch da ein höheres Interesse bei dem Wettbewerb ist und dass deswegen vielleicht auch mehr Heimfans kommen. Die Realität zeigt ja, gerade bei den Mannschaften, die eigentlich eher so Champions-League-Mannschaften sind, dass sich da halt auch oftmals keine Socke dann nachher für den Wettbewerb interessiert. Ja, aber da hast du natürlich dann oft auch die Möglichkeit, das Kontingent nochmal zu erweitern. Das wird hier in Lissabon... Ja, aber da bist du halt immer abhängig vom Gutwill des Vereins. Richtig. Ja, ja, hast du völlig recht. Du hast ja gesehen, die Diskussion, die da mit den Römern und so weiter ja auch war. Da musst du manchmal schon einfach tief in die Trickkiste greifen und da ganz viel mit denen irgendwie verhandeln und bitten und betteln, dass du dann nachher mehr Karten kriegst. Das sind oft ökonomische Gründe, wie du Basti ja schon gesprochen hast auch, ja. So, und wenn die halt einfach sagen, nee, ich mag euch Deppen nicht, ihr kriegt nur die 5%, dann kriegst du nur die 5% und hast halt auch keinerlei rechtliche Handhabe oder Anspruch drauf. Ja. Ja, so ist es halt. Und sei mir ehrlich, wenn Lissabon das Stadion ausverkauft, dann ist es auch verdient, weil das machen wir hier nicht anders. Ja, klar. Dann ist es halt, dann sind 60.000 Stadion, 3.000, 4.000, 5.000 einfach Fans. Die werden sich trotzdem zu helfen wissen. Ja. Gehe ich von außen nur, oh Gott, also das Schlimme ist ja, ich hoffe, dass halt wirklich nicht wieder zu viele Chaoten da sind, die in diese Bewährungsstrafe dann doch mal zum Vollzug bringen. Das wäre, das wäre natürlich wirklich hart, wenn man es tatsächlich schafft. Kann man nicht ausschließen, kann man natürlich nie ganz ausschließen, aber ich gehe fest davon aus, dass das nicht passieren wird. Ja, würde ich jetzt, da würde ich jetzt auch ganz ehrlich von ausgehen. Ich habe keine einzige Instanz innerhalb der Frankfurter Fanszene vernommen, die das anders sieht. Das stimmt. Also da würde ich jetzt auch wirklich von ausgehen, auch mit dem, wir hatten es ja beim letzten Mal schon angesprochen, dem Statement von den Ultras, die da ja auch nochmal ganz klar die Leute in ihren Reihen auf Schiene setzen und einfach auch denen nochmal klar machen, was das bedeutet. Ich glaube, das sollte jetzt auch wirklich jeder bis zum letzten Rest verstanden haben und ja, komplett ausschließen kannst du es nicht, aber dann sind es wahrscheinlich auch wirklich dann eher die Chaoten, die wirklich nur da hinfahren, um da jetzt irgendwie Dings zu machen und das ist nichts, was ich jetzt in einem Atemzug mit Eintracht-Fan nennen würde. Sehr gut. So, weißt du, was wir bei all dem Kram vergessen, was eigentlich viel wichtiger ist? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt's. Die sportliche Seite, Leute, ich habe, das ist fucking Fit-Finale, die hat ja keine scheiß Halbfinale vom Europapokal kommen. Ja. So verrückt. Chelsea oder Prag, das ist nicht mal. Stellt sich die Frage wirklich? Ein paar Wochen noch gesagt und unrealistisch, aber Leute, wenn wir Donetsk und Mailand weghauen können, können wir auch beim Fika weghauen. Ich wollte gerade sagen, also jetzt bist du halt wirklich, dass wir es sportlich können, haben wir bewiesen, dass wir stimmungsmäßig und kämpferisch das können, haben wir auch bewiesen. Da muss vielleicht dann auch noch so ein bisschen irgendwie das Spielglück herkommen und wir alle an dem Tag irgendwie drauf sind, aber das ist eine valide Fifty-Fifty-Chance, die wir da jetzt einfach haben. Wenn wir gut drauf sind und Lissabon irgendwie, was weiß ich, schlechte Frühstücksflocken an dem Tag hatte, dann geht da alles. Oh Gott, das will ich halt, das ist kaum aus. Ich weiß gar nicht, Du bist doch noch nicht mal da. Ja, ich sag noch schlimmer. Soll ich meinen Strandkorb da auffressen in Florida? Weißt du eigentlich, dass man in den USA so europäischen Fußball nur sehr wenig gucken kann? Das stimmt überhaupt nicht. Das ist dein Vorurteil. Mach deine Schublade bitte wieder zu. Ich habe schon in jedem Ort, an dem ich mich aufhalte, Orte gefunden, wo die sogar auf der Homepage die Spiele stehen haben schon. Oh. Das heißt, ich konnte mir in New York einen Tisch reservieren für Eintracht Frankfurt gegen Schalke zum Frühstück um 9.30 Uhr. Nicht schlecht. Inklusive Rührei und allem, was dazugehört. Ja, wir grüßen dich dann. Beste Fußballzeit. Ja. Ja, und das ist, ja gut, das Einzige, was ich noch habe, ist, dass die Lissabon-Spiele in der prallen Miami oder Sarasota Mittagssonne 3.15 Uhr stattfinden. Meine Hoffnung ist, Schämmchen trinks. Strandbar. Ja. iPad, VPN, WLAN, Datsen, gib ihm. Viel kaltes Bier oder was auch immer man da so trinkt. Und irgendeinen Freund suche ich mir, den briefe ich kurz, damit ich mit irgendeinem da zusammen rumschreien kann. Um Gottes willen, ich halte es kaum aus. Ich will Video sehen, danke. Ich halte es kaum aus, die Gedanken zu haben, dass ich wirklich wiederkomme aus Miami dann irgendwann. Verpasst du denn auch das Heimspiel? Ja, ich verpasst beide. Ich komme erst wieder, ich komme an dem Tag des Wolfsburg-Spieles wieder, ganz toll, oder? Da hast du dir ja, da habe ich mir einen Kreisetag ausgedacht. Da hat die DFL extra auf mich gewartet, damit ich, weil die DFL, glaube ich, auch weiß, wie viel Wolfsburg bedeutet. Vielen Dank, Herr Seifert, dass Sie darauf Rücksicht genommen haben. Das wird ja auch, solche Sachen werden ja bei der Spielplangestaltung beachtet. Wann du Urlaub hast. Ich werde auf jeden Fall grüße Grüße an die Biletto Urbano Crew aus Mailand, die werden natürlich dafür sorgen, dass, gesetzt den Fall, dass ich, wenn ich lande, schon das nächste Flug- und oder Hotel-Auswärtsticket für London oder Prag in der Hand halte. Ja, Leute, Leute, und ich sage euch mal was, ich will euch nicht verunsichern, aber es wird langsam ernst, Freunde. Ja. Vielleicht noch kurze Ergänzung für dich, der Rubeck hat gerade im Chat geschrieben, dass der Sohn seines Wissens nach kein Geoblocking hat. Das heißt, du bräuchst das nicht mal das VPN. Das ist nicht korrekt, weil ein Kumpel von mir war, wo war er? Ich musste ihm dann noch einen Stream besorgen. Ich glaube, der war in Australien am Flughafen, da ging es nicht. Ach so, okay, ja, dann richtig. Okay, gut, dann ist ihm so. Aber im Internet, Reddit, helps you. Ja. Ich habe eher Angst, dass ich an dem Riesenstrand kein WLAN finde. Vielleicht klopfe ich dann einfach an so einem Strandhaus und sage, kann ich mich mal auf die Terrasse bei ihm setzen? Ich weiß nicht, ob du da unbedingt irgendwie WLAN brauchst. Also im Zweifelsfall ist sowieso jedes Land, was nicht Deutschland ist, mit dem Thema Netzausbau tief bei nach vorne. Da muss ich mir noch eine SIM-Karte kaufen. Ja, also für die Eintracht wirst du das ja wohl mal tun können. Ja, du weißt doch ganz genau, ich habe früher ARD über Sky geschaut. Ich bin so im Scheißhaus. Ich bin doch erst in diese Szene hier reingedriftet durch euch. Vielleicht rufe ich dich einfach mal an dann, René. Da brauchst du auch eine SIM-Karte für, wenn du mich anrufen wirst. Ja, vielleicht mache ich das über WhatsApp, FaceTime. Aha, Technik-Papos, ich bringe jetzt einen Technik-Podcast. Ja, WhatsApp, FaceTime, alles klar. Nein, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte einfach nur zum Ausdruck bringen, dass ich sehr, sehr nervös bin, weil ich das Gefühl habe, nach dieser Länderspielpause war jetzt so dieses Letzte, okay, das ist wie, bevor die Achterbahn losfährt, da sagt der Typ zu dir, Digga, ich mache das Ding jetzt runter, passt es, wackelt es, atme nochmal durch, bist du bereit, hast du bezahlt, alles gut bei dir, bist du gesundheitlich einigermaßen fresh, weil gleich geht es richtig vor. Weißt du, woran mich das jetzt gerade so ein bisschen erinnert? An die Situation, wenn die Deppen in diesem Freefall Tower im Phantasialand, bevor das Ding runter sagt, einmal für eine Millisekunde kurz das Licht anmachen und du siehst, in welche Höhe du hängst. Das ist ungefähr die Situation, die ich dabei gerade im Kopf habe. Ja, so ist es. Und drei Sekunden später ist die Buchse voll. Leute, eine wichtige Frage zum Spiel, wie steht ihr denn eigentlich dazu, dass wir erst auswärts spielen und dann zu Hause? Also klar, wir können eh nichts dran ändern, aber wie ist da eure, wie ist da eure Frage zu? Ja. Ich rede mir das immer schön, egal wie rum es ist. Okay. Also ganz, ganz ehrlich, ja, also von der Spannungsmaus her, um die viel zu selten zitierte Spannungsmaus hier mal einzubringen, finde ich Sorum eigentlich geiler, weil stell dir mal wirklich vor, du machst in Lissabon ein Tor, du spielst unentschieden, 1-1 und du gehst zu Hause in Führung und du schaffst es tatsächlich dann im zweiten Spiel, was das Heimspiel ist, dieses Ding klar zu machen, für das Halbfinalspiel. Also diese Eruption, die da dann durch dieses Stadion geht, die wirst du wahrscheinlich in Südafrika noch spüren. Also das allein, finde ich, dafür finde ich diese Reihenfolge schon irgendwie geil. Ich finde das in dem Aspekt geil, weil ich habe es ja gesagt, ich rede es mir immer schön. Ja. Mailand fand ich die Konstellation andersrum perfekt, weil da aber auch 20.000 Frankfurt-Fans sein konnten. Ja. Lissabon ist nicht so, da würden es 3.000 bis 4.000 5.000 sein. Das heißt so, hier ist es besser zu sagen, okay, lass das vor den 50.000 Heimfans machen, weil wie du es gesagt hast, René, ich kann mir diese Leute, das höre ich dann wahrscheinlich auch. Bin ich voll bei euch. Da kannst du das iPad weglegen, das hörst du da. Da kannst du das iPad weglegen, dann sage ich, ah, der hat gerade ein Talkgeschäft, ich höre es gerade. Die Wellen sind höher. Da kommen hier die roten Fahnen am Strand. Und ja, unter dem Gesichtspunkt finde ich besser, weil ich glaube, sportlich ist im heutigen Fußball, und ich glaube, die Diskussion wird ja sogar geführt, ob man das nicht einfach abschaffen will. Ich glaube, durch diese Taktik im heutigen Fußball, klar gibt es Heimvorteile, bei der Eintracht sowieso, aber ich glaube, von den Spielanlagen her und von der Streuung der Ergebnisse gibt sich das nicht mehr so viel wie früher. Ich weiß es nicht, ich habe da keine Statistik. Gefühlt ist es aber so, dass das halt einfach, ja, dass die Szenarien, wie ihr es sagt, die Eintracht kann in Lissabon 1-1 spielen, kann aber auch dann zu Hause 2-1 verlieren. Also du hast nicht mehr dieses Gefühl, dass du das irgendwie fresh machen kannst. Der einzige Vorteil, der immer da ist, und da sind wir diesmal im Nachteil, ist diese Nummer, wenn du das Heimteam bist, was du zuerst zu Hause spielst und du kriegst dieses Clean Sheet 2-0, weil du dann weißt, okay, ich muss hier nur einen Eckball reinköpfen und dann müssen die anderen vier spielen. Das ist die Sache gelaufen, ja, ja. Das ist genau dieses Ding, aber das kann ja aber auch die Eintracht 1-0 in Führung gehen, dann ist diese Nummer komplett weg. Wobei auch auf der anderen Seite jetzt mal wirklich die Situation angenommen, wir kommen nicht weiter. Was ja, ist ja sowohl das eine als auch das andere möglich. Nee, auch dann, wollen wir nicht hören. Ja? Das wollen wir nicht hören. Nein, was ich noch sagen wollte, auch dann ist die Konstellation, finde ich, als zweites Spiel, das Heimspiel zu haben, halt einfach dadurch geil, weil du halt sowohl die Mannschaft dann nochmal ordentlich mit eben viel Stimmung und vielen Leuten da irgendwie würdigen kannst. Für die Fans ist es halt vielleicht dann auch nochmal geil zum Abschluss wirklich so ein Fest zu Hause zu haben. Also es gibt viele Argumente sowohl dafür als auch dagegen. Ja, aber ich glaube hier in dem Fall überwiegend die Leute, die Argumente überwiegend dafür, wie es jetzt ist. Wie du es gesagt hast, wenn die Eintracht ausscheidet, kann die nochmal in die Kurve kommen. Ja. Kennt ihr die sehen, Lissabon natürlich auch, aber dann ist die Kurve aber es ist halt einfach so von der, vom Wohlfühlfaktor, ist es halt ein Unterschied, wo man schon sagt, ob dich, Abschluss genau. Ob dich 3.000 Leute irgendwie feiern oder ob dich 40.000 Leute feiern. Ja, das stimmt. Das ist halt nochmal so eine ganz andere Nummer. Aber ich gehe sowieso davon aus, dass wir weiterkommen und dass wir dann Chelsea im Halbfinale weghämmern und dann ist sowieso, dann liegt Basti sowieso schon unter dem Sauerstoffzelt. Ich will auch nicht wissen, was das für ein Hexenkessel gibt. Leute, ihr habt es doch schon gesagt, wenn du unentschieden, auch wenn es ein 0-0 oder ein 1-1 natürlich ist, wäre natürlich noch geiler, in Lissabon spielst. Was brennt die Hütte? Das ist dieses wieder, dieses schöne Bild. Das ist wieder ein bisschen Ruhe. Leute, Leute, geil, Mann, geil. Die Spieler kommen rein ins Stadion, gucken und denken, scheiße, hier, um mal Peter Fischer zu drehen, hier brennt das Stadion, aber im positiven Sinne. Leute, es ist geil. Es ist einfach nur geil. Tut mir leid, Pasti, das muss so sein. Als du diese Wörter jetzt ein bisschen härter betont hast, habe ich das mir durch den ganzen Körper gefahren. Ich halte es nicht aus. Pasti, wo bist du noch mal zu dem Zeitpunkt? Strandpark. Ich gucke jetzt, ich google jetzt mal, Sarasota, Frankfurt. Ruf mal Jens Lehmann an und frag, was für einen Hubschrauber kostet. Kannst du nicht deine Freunde von datzen, wenn sie wieder irgendwie ein Filmteam schicken? Würdest du irgendwie die Reise auf dich nehmen? Sie müssten es halt nur irgendwie filmen. Vielleicht könnt ihr euch die Kosten dann irgendwie teilen. Gute Idee. Ich werde gleich mal in den Chat reingehen. Eine Datzen-WhatsApp-Gruppe hier mit meinen Datzen-Freunden. Dein Charter-Flug. Datzenbande. Die Datzen, oh, oh. Sendungstitel. Datzenbande. Sehr gut. Ja, sehr gut. Wir freuen uns drauf. Schade, Basti, dass du verhindert bist. Aber, 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 aber. Wir gehen ja alle Ich habe ja wenigstens Marvin bei. Dass wir noch mal eine Runde weiterkommen. Bitte? Was hast du? Marvin ist ja auch nicht da. Ich weiß, aber der ist jetzt nicht hier. Den können wir jetzt nicht ärgern. Dann musst du jetzt. Ja, deswegen. Ich habe ja jetzt einfach gesagt, Marvin, ich lasse uns in Ruhe. Ja, wir lassen euch ja in Ruhe. Ihr seid ja quasi auf der anderen Seite der Welt. Das ist ja vollkommen okay. Großartig. Schön. Ja, also es wird, es wird ein absolutes Fußballfest. Ich freue mich da so mega drauf. Aber, bevor wir dazu kommen, müssen wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen die anderen Aktualitäten oder aktuellen Themen abhandeln und dann auch auf das. Bin ich jetzt aufgeregt. Ich habe voll so ein Drücken in meiner Brust. Vielleicht muss ich jetzt erst mal kurz einen Notarzt rufen. Ich muss kurz unterbrechen. Ich brauche eine Infusion. Basti muss kurz brechen. Gut. Ja, mit was machen wir denn weiter? Ich habe noch so ein bisschen aktuelle News rausgesucht. Ja, mach mal sowas langweiliges. Mach mal irgendwas aus der Tischtennisabteilung oder so. Ja, das ist sowas ähnliches. Im Kicker stand, dass der Herr Hinteregger gerne in Frankfurt bleiben würde, obwohl man ihn in England umwirbt und er dafür sogar auf Geld verzichten würde. Ich habe gesagt, was unspektakulär ist. Ne, ja geil. So schätze ich ihn auch ein. Und ich glaube, wenn er unseren Song hört, dann bleibt er sowieso umsonst. Ich würde sagen, er hat jetzt Aufkleber, die Aufkleber bekommen. Er hat jetzt einen eigenen Song mit einem eigenen YouTube-Video veröffentlicht bekommen, gewidmet bekommen. Großartig. Wer mal erleben will, wie Marvin Hendricks an der Gitarre arbeitet, der kann sich das da mal angucken. Ich fand es sehr, sehr großartig. Hinti Army, Flashmob. Ja. Sehr gut. Also war mega. Also das wäre sowas von grandios. Und ich glaube, wie du schon sagst, er ist glaube ich wirklich so ein Typ, der sagt schon wegen, ey, Fans sind super, Umfeld ist super, Mannschaft ist geil, wir haben alle Möglichkeiten, nochmal international jetzt irgendwas zu reißen oder nächstes Jahr auch wieder international zu spielen. Ich komme mit dem Trainer super zurecht. Warum? Also Geld allein ist halt auch nicht alles. Wäre schon geil. Problem ist, alle haben sich ja gefreut, als er gesagt hat, ja genau, also der Hinteringer kann ja auf so viel Geld verzichten, wie er will. Augsburg wird das leider nicht tun. Ja. Ja, das ist halt so der einzige Punkt. Er ist ja nur geliehen und Augsburg sind ja die, die quasi dann die Möglichkeit da hätten. Wo dir ja ein Spieler nichts bringt, wenn er nicht mit vollem Milan da ist. Ja, aber ich glaube, die werden darauf drängen. Die können ja den Deal mit England klar machen. Das Ding ist, wenn wir ganz ehrlich sind, junge Leute, das würden wir auch machen. Wenn wir einen Abwehrspieler bei uns hätten, der bei uns gepöbelt hat irgendwie, der wäre dann nach Augsburg gegangen und plötzlich feiern die den ab. Da hätten wir auch mal ein bisschen abgekotzt. Gerade wenn wir sehen würden, dass er da so überragend spielt und wenn der andere Verein uns dann noch sagen würde, hier Leute, könnt ihr bitte auf die Hälfte der Ablöse verzichten, damit er auch noch bei uns bleiben kann. Ich glaube, da wären die Ersten, die sagen, nee, verpisst euch, den geben wir nach England ab. Lasst uns in Ruhe. Ja, wobei von Ablöse war da ja gar nicht so unbedingt die Rede, sondern eher ja gehaltsmäßig. Zum Wohl als auch. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass ein englischer Verein mehr zahlen wollen würde, als die Eintracht. Gut. Ich hoffe einfach, dass man sich da irgendwie einigt. Ja, auch da gehören ja dann immer noch zwei Parteien dazu. Das ist zwar dann den Ablöse-Deal, den du den Verein A mit Verein B irgendwie ausmachst, trotzdem muss ja dann auch der Spieler mit dem Verein sich auch noch mal über die Vertragskonstellation irgendwie einig werden. Mussten wir mal gucken, wer auch der Berater ist und so weiter. Das ist dann noch der andere Punkt. Ganz anders. Wie geil ist der Berater da irgendwie auf Geld? Also da spielen ja so unwahrscheinlich viele Faktoren da mit rein. Also von daher, aber allein schon mal das Statement gesetzt zu haben, bringt ihn glaube ich jetzt in der Fan-Beliebtheits-Skala nochmal zwei Stufen nach oben. Unbedingt. Dann haben wir mit Rückkehr aus den Nationalmannschaften auch zwei Verletzte zu vermelden. Während Rebic und Jovic weiterhin ihren Torreigen fortgeführt haben, hat es Gacinovic ein bisschen erwischt. Nicht ganz so stark. Der ist im Spiel gegen Portugal. Ich glaube in der paarundzwanzigsten Minute dann ausgewechselt worden. Haben sie jetzt schon gesagt, das scheint nicht ganz so schlimm zu sein. Oh, aber Tavata hat es dann doch ein bisschen stärker erwischt. Der wird jetzt erstmal eine ganze Zeit ausfallen. Genau. Auf der einen Seite hoch. Muskuläre Verletzungen, was auch immer das heißen soll. Das ist wieder so eine schöne Beschreibung. Nicht böse gemeint, aber das verkrafte ich gerade. Das war das, wo ich auch gerade hin wollte. Die eine Verletzung, die ist so ein bisschen ärgerlich. Und da hofft man, dass es wirklich nicht mehr ist. Bei der anderen sagt man, ja, alles Gute, aber wir brauchen dich glaube ich momentan auch an der Position nicht so dringend. Könnt euch jetzt aussuchen, wer mit was gemeint ist. Sehr gut. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, genau. Deswegen, das kann ja jeder... Ja, aber bei Galzinovic kommt ja dazu, dass man es am Anfang, das hat sich schlimmer angehört am Anfang. Ja, da war ich auch so ein bisschen... Das ist der gegenteilige Fall, den Dennis und ich immer erleben, irgendwie traumatisch. Oh ja. Wo es andersrum ist. Diesmal war es wenigstens mal in die andere Richtung. Bei Kostic übrigens auch, Gott sei Dank. Ja, da hatte ich auch kurz gezuckt. Da gab es kurz immer die Oh, 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 Oh. Und wenn du denkst, dass sich das dann wieder in die Richtung entwickelt, wie es normalerweise im MS, denkst du, okay, der fällt jetzt bis zum Saisonende aus. Diesmal haben alle wieder trainiert. Da gab es auch Videos von, die habe ich gesehen, das sah nicht so schlecht aus. Abraham auch wieder da. Ja. Finde ich gut, weil das wirklich Breite in einen eh schon formstarken Kader bringt, das echt hilfreich sein kann. Wir haben es ja mit Paciencia auch beispielhaft schon besprochen, dass das so einer sein kann, der dann eben in den Europapokalspielen nicht die Hauptrolle gespielt hat manchmal, dann aber eine 96. Minute gegen Hoffenheim ein Ding einköpft. Das können Spieler sein, die dann solche Sachen dann auffangen. Also das ist, das Problem ist, Leute, wir werden ja gleich über Stuttgart reden. Ich finde nicht mehr viele Sachen, um präventiv-pessimistisch zu sein, weil so viele geile Dinge gerade passieren, die mich wirklich dahin bringen, dass ich zumindest ab und zu, heimlich, daran denke, dass es möglich ist, dass die fucking Eintracht, nachdem wir gedacht haben, DFB-Pokal, wir haben mit allem unseren Frieden geschlossen. Nein, die Erlebnisse sind ja fast deckungsgleich geil in Mailand, in Zypern, in Kharkiv. Leute, es kann sein, ich will es nicht übertreiben, aber es kann sein, dass die Eintracht das nochmal steigert und in die fucking Champions League kommt. Ich kann nicht mehr bald. Da hatten wir uns vor zwei Wochen schon drauf geahnt, oder letzte Woche drauf geahnt, dass das so ist. Ja, können wir uns hier drauf einigen, wenn das dann nochmal soweit ist und jetzt hier die Road to Champions League anfängt? Boah, ich bin froh, dass ich nicht da irgendwas machen muss. Ich kann nicht mehr. Ich kann schon nicht mehr. Ich mache eine Pause eigentlich. Ich bin jetzt schon ein nervöses Wrack, obwohl wir nur gegen Stuttgart spielen. Ja, also da war jetzt diese Länderspielpause irgendwie Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite hatte man jetzt so diesen kurzen Moment, wo man ein bisschen durchatmen konnte. Auf der anderen Seite, umso näher man jetzt gerade dem Thema Spielbetrieb wiederkommt und jetzt auch gerade nach dieser Entscheidung heute ist es wirklich so von 0 auf 150, was diese Nervosität wieder angeht. Es wird nicht besser. Und Basti, ich kann dich beruhigen. Das wird auch bis zum 34. Spieltag nicht anders sein. Ja, ich will auch gar nicht mehr. Wäre auch nicht zu gierig, weil mir geht es gut, wie es gerade ist. Ich freue mich. Schauen wir mal, was noch passiert. Eieiei, Leute, Leute. Einfach nur geil die Zeit momentan. Anders kann ich es gar nicht aussehen. Ja, das ist es. Man muss es auch immer wieder sagen, auch wenn wir das hier jede Woche sagen. Aber wer weiß, selbst Freddy Bobic hat es letztens gesagt. Wer weiß, wie lange es noch geht. Und das wissen wir auch alle hier. Jeder einzelne Eintracht-Fan weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Im Gegenteil. Das ist schon over the top. Da reden wir über alle möglichen Sachen. Dass wir plötzlich einen Sturm haben, der zusammen 200 Millionen Euro wert ist. Was ist denn los? Das ist wirklich crazy. Das ist surreal. Das ist nicht noch zu fassen. Und deswegen muss man es auch mitnehmen, weil man wirklich nicht weiß, wie lang es noch geht. Wir wissen aber auch nicht. Wir haben auch keine Garantie, dass es schnell aufhört. Wie ich es gesagt habe, es kann auch so geil weitergehen. Weil du alles selbst in der Hand hast, Basti. Du hast schon angesprochen. Stuttgart, Schalke, Augsburg. Das sind alles Gegner. Verdammte Axt. Mainz. Leipzig spielt bald gegen Gladbach. Jetzt spielt, glaube ich, Leverkusen gegen Hoffenheim. Ich meine, ja. Boah. Naja. Gut. Anstrengend wird. Sehr, sehr anstrengend. Aber positiv auch. Positiv. Weil, sagen wir mal, wie du es gesagt hast, selbst wenn das, selbst, sagen wir mal, die Eintracht wird, Sechster und wir schalten gegen Lissabon aus, dann ist ja, dann ist ja trotzdem, dann bist du zwei Tage sauer, aber dann bist du eigentlich stolz und freust dich und erinnerst dich gerne an zurück. Warum willst du denn, also es kommt dann auch immer wieder ganz drauf an, wie du dann am Ende da irgendwie rausgehst. Ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie, jetzt stümperhaft irgendwie ein Spiel nach dem anderen da irgendwie herschenkst, dann vielleicht, aber ganz ehrlich, wenn wir halt einfach mit guter Leistung trotzdem am Ende, weil die anderen einfach einen Ticken besser sind, die Punkte nicht einfahren und das am Ende dann so kommt. Warum? Auf was sollst du denn da bitte böse sein? Die Eintracht hat eine geniale Saison bis jetzt gespielt. Es gibt keinen Grund, nicht daran zu glauben, dass sie das nicht nur weiterhin durchhält. Also kann ich doch gar nicht sauer sein. Und Leute, ganz viele Widrigkeiten auch überstanden. Überleg doch mal, wir sind in diese Rückrunde gestartet, haben gedacht, ach du Schande, jetzt geht noch der eine Innenverteidiger weg, der uns so ein bisschen geholfen hat mit Salcedo und so weiter und so fort, wo wir schon alle gesagt haben, Mist, jetzt brechen wir wieder zusammen, ah, da wird nichts geholt, ach, wen holen wir denn da? Dann knallt Hinteregger hier so ein, Wahnsinn, wirklich, also das ist ja Zurechtzong und so weiter und geiler Tüge. Rode auch. Einfach nur, ja. Rode, Rode. Eigentlich wirklich alle, alle greifen sofort ein und auch die Spieler, dann merkst du, oh nee, Rebic verletzt sich. Dann denkst du schon, Mist, können wir das irgendwie ausgleichen und so weiter. Und selbst diese Widrigkeiten haben wir bisher alle überstanden in der Saison, wo du normalerweise immer merkst, die Eintracht war immer so ein typischer Verein, da stimmt ein ganz kleines Zahnrädchen nicht mehr und das ganze System fällt auseinander. Und dann merkst du schon, oh nee, ach, wird wieder im Winter schlecht gewirtschaftet, schlechte Verpflichtung etc. Diesmal hast du wirklich die Chance, endlich mal Früchte zu tragen bis zum Ende. Wir hatten ja schon öfter mal so den Weg, wo du gesagt hast, wenn ich jetzt hier vier Spiele rausschneide oder mal sieben Spiele am Stück rausschneide, geil, geile Saison, war gut. Ja. Und auf einmal funktioniert es nicht mehr. Im Moment hast du wirklich viele Situationen gehabt, wo uns wirklich Steine in den Weg gelegt wurden, weil Spieler verletzt waren, weil Abgänge zu beklagen waren, weil einfach das System nicht funktionierte. Auch muss ich wirklich sagen, da sind wir doch wirklich im Moment auf einem geilen Weg und haben uns wirklich das auch erkämpft, muss man doch wirklich so sagen. Das stimmt. Das stimmt. Man hat nämlich genau diese Widrigkeiten, wie du sagst, die Eintracht ist schon auch unter Thomas Schaaf. Plötzlich warst du dann irgendwie dran, unter Kovac waren wir auch dran, wir waren selbst und das gebe mal irgendwie an den Europapokalplätzen so dran, dann ist immer irgendwas passiert und dann ist die Eintracht eingebrochen. Und diese Sachen sind diesmal auch passiert, aber trotzdem hat man es auch einfach weiter gemacht. Dieses Nürnberg-Spiel war ja exemplarisch. Da Slapstick-artig hast du Pech und Unvermögen kamen zusammen, wo du einfach das zweite Tor nicht machst. Aber es ist eben nicht dieses 1-1 gefallen, sondern Trapp holt den raus. Das ist der Unterschied diese Saison. Also das ist wirklich der Unterschied. Und ich hoffe, dass es so weitergeht, um jetzt mal auf den VfB Stuttgart zu kommen. Das kann von mir aus genauso wie gegen Nürnberg laufen. Ja, also wir machen am Sonntag den Spieltag zu. Wir spielen 18 Uhr zu Hause gegen den VfB, die aktuell Tabellen 16. sind und sich somit auf einem Relegationsplatz befinden. Das Hinspiel, wir erinnern uns, war ein 3-0 für die Eintracht. Da war doch, glaube ich, auch so die eine oder andere Situation dabei, wo wir auch hätten eigentlich ein Tor machen müssen und es dann nicht gemacht haben, wenn ich mich da so richtig zurückerinnere. Ja, also das hätte die, ich war dort und Frank van Bebber, liebe Ruisse, er und ich standen nebeneinander, Kollege vom HR. Ja. Und er ist ähnlich präventiv-pessimistisch wie ich, beziehungsweise immer ängstlich. Das heißt, selbst wenn der Eintracht 2-0 führt, denken wir beide noch, das geht noch irgendwie verloren. Okay. Und wir haben uns in diesem Spiel wirklich bestätigt gefühlt die ganze Zeit, weil die Eintracht einfach den Deckel nicht drauf gemacht hat und du musst es, das war das Spiel, war das eindeutigste Spiel der ganzen Saison, glaube ich sogar. Die Eintracht hätte 8-0 gewinnen müssen. Der Gegner war quasi tot, die haben die Balance-Seiten ausgekloppt, die haben beim 2-0 nicht mal mehr mitgespielt und haben so getan, als wäre es abgefiffen. Und das 3-0 ist dann aber erst spät gefallen. Ja. Also wie gesagt, aber Stuttgart ist, das ist leider nicht mehr das Stuttgart, was jetzt ist. Die sind nicht erheblich besser geworden, aber leider ein bisschen, zumindest defensiv, können die uns das zumindest das Leben schwer machen. Und da sind wir, René hat es, glaube ich, beim Benfica-Spiel auch schon wieder angesprochen, das erwähnen wir diese Saison auch ziemlich viel, weil es aber auch wichtig ist, das Spielglück einfach. Wenn du halt dieses Tor machst, hast du einen ganz anderen Gegner plötzlich vor dir. Am besten ein frühes Tor, wie er sagt, ja. Ja, wobei man sich, wenn man sich so in der Rückschau die letzten Spiele der Stuttgarter anguckt, also da waren viele unentschieden, viele Niederlagen dabei. Den einzig klaren Sieg, den sie in den letzten Spielen eingefahren haben, oder den einzigen Sieg in den letzten zehn Spielen überhaupt, war gegen Hannover. Und Hannover ist jetzt alles, aber nicht das Maß der Dinge. Das stimmt, obwohl du, René, bei der Betrachtung natürlich sehen musst, theoretisch so die letzten, wenn du es rausschneidest, letzten vier Spiele waren zwei unentschieden gegen Bremen und Hoffenheim drin, gerade diese 1-1 jeweils. Das ist natürlich, das ist das, was der Basti sagt, wo die Mannschaften wirklich Probleme haben. Ja, du musst einfach dieses Tormann Dosen öffnen und gut isst, dann kann da auch was gehen, musst selbst gut stehen, wie es halt typische Fußballfloskeln. Aber genau so werden wir auch dieses Spiel da angehen müssen. Und dann, denke ich, ist da schon was drin. Aber sie sind nicht zu unterschätzen. Platz 16, gut mit ein bisschen Abstand, ja auch schon nach unten. Das ist schon ein spannendes Spiel. Ich denke, sie werden uns das Leben schwer machen und ich hoffe auch auf ein bisschen Spielglück. Ich hoffe nämlich auch, weil diese 1-1, die ich angesprochen habe, das ist auch trotzdem ein Ergebnis, was passieren kann. Also die können uns wirklich so sehr ärgern, dass da haben wir halt vielleicht diesmal kein Glück. Und dann geht dieser Ball rein und dann steht es 1-1 und du weißt nicht warum, aber das haben Hoffenheim und Bremen, die trotzdem, auch wenn wir momentan ein bisschen besser sind, aber eigentlich trotzdem so ein bisschen, zumindest in unserem Teich schwimmen, haben das halt auch erleben müssen. Und ich hoffe einfach nicht, dass wir das erleben müssen. Also es kann auch sein, dass die einfach die 5-1 wegballert. Weiß man nicht. Aber Dennis hat gesagt, die sind noch nicht gerettet, sowieso nicht. Die haben sich ein bisschen stabilisiert und das Problem bei denen ist, was ich bei denen immer sehe, weil das haben wir zum Beispiel gegen Wolfsburg erfahren, als die hierher kamen und auch kacke in Form waren. Bei solchen Mannschaften kann es halt, wenn die Glück haben, auch reichen, dass die individuelle Qualität trotzdem teilweise noch haben. Haben die ja. Die ist zwar scheiße zusammengestellt, aber Gomez kann uns immer irgendwie einen rein wursteln. Aber ich glaube, wenn wir jetzt ein Stuttgart-Podcast wären, hätten wir weit, weit, weit aus Merkens vor der Eintracht sind. Ja, das ist schon richtig. Schauen wir mal. Also das wird auf jeden Fall… Leute, jetzt müssen wir mal den Ball auf Flach halten. Wenn wir die Leistung abrufen, die wir natürlich die letzten Wochen gezeigt haben, dann ballern wir die auch wieder mit 3-0 oder sonst was weg. Wenn du richtig schön pressen und richtig gut… Jetzt musst du aber wieder diesen Vergleich sehen. Klar, du kommst jetzt hoffentlich gut aus der Nationalmannschaftspause wieder raus. Die Spieler sind hoffentlich, wie wir schon gesagt haben, nicht jetzt noch weiter überspielt, sondern haben wieder Bock auf Bundesliga und so weiter. Rebetskreide. Genau, genau. Da hoffe ich auch einfach drauf, wenn die heiß sind, wenn die Dings, wenn die wirklich Bock haben und dann auch mit Vollgas aktives Pressen in der ersten Reihe, was wir immer ansprechen, was wir brauchen als Eintracht Frankfurt, weil wir einfach sonst uns auch noch ein bisschen schwer tun, das Spiel zu machen etc. Ich glaube, dann haben wir da mehr als gute Chancen, dass wir mindestens ein Tor machen. Und ja, hinten haben wir doch jetzt auch wirklich die Saison gut gestanden. Die Abwehr, ihr habt es vorhin angesprochen, mit Abraham vielleicht auch wieder einer, der mal in die Abwehr einrückt. Und da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen, dass wir, ich hoffe, hinten den Kasten relativ sauber halten und vorne ein paar Tore machen und schon haben wir gewonnen. Alles gut. Was glaubt ihr denn aufstellungstechnisch, wie wir da in die Schoße reingehen? Fangen wir wieder hinten an. Trab ist safe, da wollen wir nicht drüber diskutieren. Innenverteidigung? Ich würde, gut, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ein bisschen am Überlegen, ob du ein bisschen rotierst mit Tasebe. Was hast du? Tasebe mit Abraham. Na, ich glaube, es ist noch zu früh. Der ist ja jetzt erst wieder eingestiegen, oder? Ja, den würde ich eher einwechseln, also da würde ich jetzt kein Risiko eingehen. Was hattest du? Tasebe, Hinteregger, Ture war deins. Nee, ich hatte Indica, Hinteregger, Ture, Dacosta, Kostic und Hasebe und Rode auf der 6. Hasebe wieder ins Mittelfeld? Vorne würde ich tatsächlich mal wieder Straßenbande bringen. War lange nicht mehr zusammen. Ja, ja, ja. Percino wird es scheint ja eh angeschlagen. Links im Mittelfeld Kostic, rechts Dacosta und in der Mitte sagst du Rode und Hasebe. Hasebe. Hasebe, Rode. Würdest du wirklich lieber Ture statt Tasebe nach hinten und vorne dann eventuell Fernandes rein? Das ist der einzige Wechsel, das wäre mir fast egal, sage ich mal. Also Rode Fernandes hat ja auch sehr gut funktioniert. Hinteregger hat ordentlich gespielt, das ist auf jeden Fall so. Ich muss nur sagen, normalerweise Hasebe, ja, auf der 6 ist er auch nicht schlecht, aber hinten war er eigentlich in der Saison überragend. Ja gut, da hast du recht. Also wahrscheinlich spricht sogar mehr für deine Aufstellungsweise auch reines Bauchgefühl, aber ja, wahrscheinlich wird es auch so kommen. Also das ist ja dann fast eigentlich unsere A11. Muss man jetzt mittlerweile schon sagen. Also Abraham hat mir jetzt mal ein bisschen außen vor gelassen, weil er halt verletzt war. Aber das ist wirklich, ja, das ist die A11. Fernandes, Rode hat sich am besten etabliert. Das läuft eigentlich echt gut, ja. Also es lief in vielen, vielen Spielen. Die beiden sind halt auch von der Mentalität her sau wichtig. Rode kommt sogar spielerisch immer besser rein. Hasebe ordnet hinten in Dika und Hinteregger überragend. Ja, wahrscheinlich. Ich bin jetzt, Dennis hat mich überzeugt. Hasebe in der Innenverteidigung und Fernandes. Hasebe, Libero, genau. Hinteregger und in Dika. Ja, wir halten wirklich absolute A11. Boah, Leute. Und dann gewinnen wir nicht Stuttgart. Dann hängen wir immer fetter da drin. Vielleicht tut Friedhelm Funkel uns ja einen Gefallen. Und gewinnen wir Düsseldorf gegen Gladbach. Wer weiß das. Wer jetzt, glaube ich, auch nicht so abwegig. Also gerade in so einem Spiel, Düsseldorf-Gladbach, ist immer Feuer drin. Dass Düsseldorf auch mal überraschen kann, haben sie gezeigt. Heute ist echt ein, ich brauche, heute ist ein Schweratmen-Podcast hier. Ich muss bei allen drei Aussagen, die wir tätigen, durchatmen, wenn ich mir das dann vorstelle. Ja, also da könnte halt dann wirklich noch irgendwie was gehen. Hoffenheim und Leverkusen nehmen sich auch so ein bisschen die Punkte weg. Das weiß ich auch, warum Enzo immer so schwer atmet. Das spannendste Spiel neben Frankfurt-Stuttgart an dem Spieltag ist ganz klar Hannover gegen Schalke. Wenn Not gegen Elend spielt, da weißt du überhaupt nicht, wer jetzt irgendwie gewinnt. Also wir beim Wettbrötchen, liebe Grüße an der Stelle, haben Handicap-Schalke getippt, weil Hannover ist Hannover. Ja, aber Schalke ist in letzter Zeit halt auch ganz oft Schalke. Ja, aber der Knurrer ist doch wieder da. Der wird die schon zu einem Zweiten treiben. Speaking von Wegbrötchen, ihr dürft noch hier Ergebnis tippen. Was sagt ihr denn gegen Stuttgart? Ich sage 1-0 wieder, Hintäger. Du sagst 1-0. Dennis? Ich tippe tatsächlich, dass wir eher wieder in Richtung 3-0 gehen. 3-0. Boah, ich habe jetzt schon einen Bock, Alter. Gut, dass wir es am Donnerstag aufnehmen, weil es ist echt nicht immer lang hin. Ja. Das ist wirklich krass, ja. Boah, heute wäre Dienstag. Ja. Ich bin so ein bisschen am Schwanken. Meint ihr, wir kassieren ein Tor gegen Stuttgart? Nein, 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 nein. Nein? Okay, dann wird es ein 4-0. Sonst hätte ich 4-1 gesagt, aber so, nee. Jovic, Rebic, Haller und Hintäger, das sind die Torschützen. Mein Körper hat jetzt eine neue Stufe erreicht. Vor Erschöpfung fange ich gleich an zu weinen. Nicht wegen Traurigkeit oder wegen Freude, sondern einfach nur vor Erschöpfung breche ich in mich zusammen. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass wir Stuttgart 4-0 wegbrettern, Düsseldorf gewinnt gegen Gladbach, Hertha holt einen Unentschieden und Leipzig. Auch geil, wie du dann halt auch auf Schalke auffährst, wenn du mit so einem Ergebnis im Rücken da auftreten würdest. Also ich muss wirklich sagen. Ach, Dennis, ruhig. Ich muss schon den nächsten Tag nachdenken. Lass uns mal bitte vereinbaren, wir machen das hier Schritt für Schritt so. Ja. Wir gucken jetzt erstmal, wie es bis zur ersten Halbzeit Stuttgart läuft. Dann nehmen wir nochmal eine Halbzeit auf. Und dann können wir ausrasten. Genau, so ist es doch. Ja. Also da kann viel gehen an dem Spieltag. Ich bin mal gespannt, in was. Die heiße Phase, das ist so diese typische Saisonphase, das kennt jeder. Normalerweise weißt du es nicht, aber jetzt weißt du komplett das Restprogramm auswendig. Das ist so diese Saisonphase. Du weißt ganz genau, gegen wen wir noch spielen und fängst sogar mittlerweile an, hat man ja jetzt gemerkt, zu gucken, wie die anderen auch noch spielen. Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt eigentlich schon über den Punkt drüber hinaus, wo du weißt, wie wir spielen. Weil du weißt auch jetzt schon komplett, gegen wen die Mannschaften um dich rum spielen. Und hast quasi… That time of the season. Ja, ja. Hast instinktiv direkt, wenn du so ein Ergebnis von den anderen siehst, fängst du immer an direkt zu rechnen und weißt, was das bedeutet. Also du bist auf einer absoluten Gefühlsachterbahn. Ja, du weißt jetzt, du weißt, weil man, keine Ahnung, wenn du mich am 15. Spieltag fragst, auf welchen Platz ist Hoffenheim, da sage ich, keine Ahnung. Wo steht Wolfsburg, weiß ich nicht, irgendwo da, 11, 12, 13. Jetzt weißt du es aber, zumindest in deinem, im unmittelbaren Umfeld, weißt du es alles. Du kennst Tordifferenz, du kennst die Punktzahl. Das ist es halt, genau, ja. Dann gibt es, das kommt ja noch dazu, Gott sei Dank am Sonntag ist ja nicht die Situation, dass wir dann dieses Gong im Stadion erleben müssen. Und du guckst, okay, wer hat getroffen, wer hat getroffen, aber es fängt auch bald an. Ja. Wenn wir mal wieder Samstag spielen, ich weiß gar nicht, spielen wir überhaupt nochmal Samstags? Ich glaube ja. Auf Schalke dann, oder? Ich meine Schalke, ja. Auf Schalke, genau. Let me check. Und auch, ich meine, gegen Hertha spielen wir nochmal Samstag. Und die letzten zwei Spiele sind ja immer Samstag. Die letzten beiden Spiele sind Samstag. Hertha ist Samstag. Außer, 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 meine lieben Freunde. Mainz ist Samstag. Bayern ist Samstag, ja. Mainz kann... Ach, da wird nochmal verschoben, ja. Es kann sein, dass die DFL sich das vorbehält, habe ich gelesen, wenn die Eintracht tatsächlich uns auch liebt. Ach so, wegen... Ah, okay, wegen... Aber ich habe euch ja schon gesagt, bitte, ich bin bereit, bis zur ersten Zeit des Stuttgart zu reden, überbraten. Ich gehe nicht. Aber dann wird es wirklich... Geht es wirklich in den körperlich grenzwertigen Bereich? Wollen ja eine gesellschaftliche Fälle gefährden. Marvin, ich gehe, und erzählt mir, dass wir dann Privatjet buchen. Wir spielen gegen Wolfsburg am Ostermontag, das sehe ich ja jetzt. Ich war die ganze Zeit der Meinung, es wäre Sonntag. Ei, ei, ei. Ja, ja. Ist das schlimm. Ja, also. Ich muss mich bei allen Hörern für meinen unstrukturierten Auftritt heute entschuldigen. Ich bin einfach zu nervös gerade. Nee, ist ja alles gut. Ich meine, du bist ja selbst dran schuld. Dennis und ich sind ja wenigstens so schlau, uns bei dieser Gefühlsachterbahn noch irgendwie in die Mitte zu setzen. Aber du musst hier immer ganz vorne sitzen. Wobei man ja eigentlich weiß, dass das der blödeste Platz beim Achterbahnfahren ist. Und ich bin derjenige von uns dreien, der am ungernsten Achterbahn fährt. Nee, definitiv nicht. Doch. Nein. Mir wird schon schlecht, wenn ich den Kram nur von außen sehe. Ich kann nicht mal Kettenkarussell fahren. Kann ich auch nicht. Ah, wir betteln uns jetzt. Ja. Ich habe nicht mal einen Bobbycar gehabt früher. Genau. Naja. Bobbycar weiß ich nicht. Ich hatte eins. Ich habe dann immer diese scheiß, diese scheiß Hupe ging immer so schnell kaputt. Die ist dann nicht mehr rausgekommen. Ja. Die reißt auch irgendwann ein. Das ist ganz, das ist ganz eklig. Ja. Naja. Aber ich hatte als Kind ein rosa Fahrrad. Damit war ich sowieso gespät. Ich bin sowieso der am ehesten gestraften von uns allen. Okay, René, du hast gewonnen. Ja. Total toll, wenn du als siebenjähriger Junge mit einem rosa Fahrrad umherfährst. Da machst du dir viele Freunde mit. Musst du einfach drüber stehen, René. Ja, das tue ich ja. Das hat dir ja nicht geschadet. Nö. Also, glaube nicht. Gut, dann tun wir jetzt was für Bastis Nerven und zur Beruhigung und kommen zu diesem hier. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben. Jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, wir müssen natürlich jetzt sprechen über den Dummschwärzer der Woche. Das ist definitiv was für Bastis Nerven, auch an dieser Stelle wieder. Jetzt muss man natürlich erstmal auflösen, wer der Gewinner der letzten Woche, danke Dennis, geworden ist. Und mit erdrutartigen 54,9 Prozent hat gewonnen, dieser wunderbare Mensch von Bernburg, der gemeint hat, dieses Hassposting da auf Instagram zu veröffentlichen. Wir erinnern uns vielleicht noch. Sehr gut. Ist definitiv gerechtfertigt, diese Gratulation. Dieses Ergebnis, genau. Nee, gratulieren wollen wir da eigentlich nicht. Es ist gut, dass er da nicht mehr spielt. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Du bist aber auch noch nicht ganz da, wenn ich sehe, was du gerade gefiltert hast von zehn Minuten. Was habe ich? Ja. Tweet vergessen, wir strömen seit 45 Minuten. Ich habe vergessen, den Tweet anzukündigen. Ja, aber ich bin hier heute durch ein anderer Typ. Auch nicht schlecht, ja. Nee, ich bin jetzt so auf dem Level, wo du normal bist, aber du bist halt schon wieder zwei Stufen drüber. Das ist halt der Unterschied, Basti. Verschiebt sich alles ein bisschen. Ja, das ist, äh, ja, so ist das. Gucken wir mal, wer bei diesen extremen Zeiten vielleicht da sonst noch mitmischt, weil gleich der erste Nominierte, gibt richtig Gas, ein gewisser Ulihaar, der meint, aus dem Nähkästchen plaudern zu müssen und uns zu erzählen, wie Transfers bei Manchester City ablaufen. Ja, oh Gott, das hat mich auch so gelangen, weil das ist so ein typisches Stammtischgelaber. So, ja, kommt der Scheiß und bollert sich das Geld raus und mir als treuen Arbeiter, der Uli Hoeneß, der verkauft sich ja einfach, als wäre er auch so, als wäre er so ein kleiner Mann und so. Klar ist es vielleicht im Vergleich mit denen so, aber dieses Geheule von ihm, das kommt bei ihm auf jeden Fall, ich will es jetzt mal sehr moderat ausdrücken, kommt nicht sehr authentisch rüber. Nee, nee, das definitiv nicht. Ist auf jeden Fall, ja, großartig. Richtig. Ja. So, und dann haben wir einen etwas längeren Text bekommen für unsere zweite Nominierung, die kommt nämlich von Julian und ich versuche jetzt mal den ganzen Text vorzulesen. Und zwar schreibt er, als Dummschwätzer möchte ich gleich den gesamten DFB nominieren. Wie kann es sein, dass da Costa nicht nominiert wird? Wie kann es sein, dass ein Grindel ein Interview abbricht bei völlig normalen Fragen? Wieso darf Löw noch Nationaltrainer sein? Wieso muss man Mitglied im Coca-Cola-Fanclub sein, wenn man vergünstigte Karten für ein Nationalmannschaftsspiel haben will? Wieso wurde eigentlich diese Diskussion um den Standort Frankfurt nicht weitergeführt in Sachen Länderspielvergabe? Wurde nicht versprochen, dass man hier ein Topspiel bekommt? Was wurde denn daraus? Wieso wurde nie hinterfragt, warum man in Wolfsburg ein Spiel veranstaltet? Komischerweise stand alles in diesem Spiel im Zeichen des Volkswagen. Und wann, verdammt, darf dieser Jogi Löw endlich seinen Hut nehmen? Wenn wir jetzt jede Frage einzeln auftröseln, würde ich nämlich fast in der Hälfte widersprechen. Oh, jetzt, ja. Mach mal, mach mal, jede Frage einzeln. Jede Frage einzeln. Da Costa, warum kein Nationalspieler? Also wie kann es sein, dass da Costa nicht nominiert wird? Eintracht Brüller abgezogen, weil es an gewissen Stellen einfach unter Qualität nicht ausreicht. Die Flanken sind nicht scharf genug. Das Einzige, was mir einfallen würde, dass er vielleicht fürs Mannschaftsklima gut wäre. Trotzdem kann man verstehen, dass er gegen die, die da nominiert sind, da ist jetzt keiner, wo ich sage, okay, der ist unfassbar viel schlechter als der Costa. Ist leider so. Finde ich auch schade selber für ihn. Er hätte es auf jeden Fall verdient und es hätte sich auch keiner gewundert, wenn er nominiert wäre. Aber es ist eine typische Fifty-Fifty-Entscheidung, die Löw halt anders getroffen hat. Da habe ich diesen Shitstorm nicht verstanden. Aber Leute, man muss ja schon sagen, Thema Neuanfang, Neuorientierung, es wird sich alles ändern. Oh Gott, Dings hätte meiner Meinung nach auch ein Da Costa reingepasst. Jetzt gerade auch, er hat ja einen riesen Aufschwung gemacht. Klar, Basti, du hast ein paar gute Punkte angesprochen. Ich muss aber trotzdem sagen, du merkst schon, auch so ein Spieler hätte normalerweise da schon mal eine Chance verdient gehabt, gerade im erweiterten Kader auch mal dazustehen oder im weiteren Nominierungskreis. Und da hast du ja gar nicht das Gefühl, man kann ja auch in so einem Interview mal einfließen lassen, Spieler, die eventuell in Frage kommen würden oder mit denen man sich geführt wird. Das ist für mich schon sehr seltsam, dass man da auch gar nichts von hört. Ich glaube, das ist auch das, was so die Leute aufgeregt hat, würde es heißen, jemand würde das so plausibel erklären wie du oder sachlich erklären, würde sagen, naja, wir müssen jetzt mal die nächste Saison abwarten. Mal gucken, wie er sich noch entwickelt. Eventuell kommen die Flanken noch ein bisschen schärfer, eventuell sind die Laufwege an die Grundlinie noch ein bisschen aktiver. Wenn er das in der nächsten Saison wieder zeigt, dann steht er auf jeden Fall fest auf der Liste, ihn mal einzuladen. Dann hätte keiner gesagt, was ist das für ein Scheiß, warum wird denn der nicht nominiert, sondern hätte gesagt, ja, okay, verstehe ich, dass da immer so ein Geheimnis drum gemacht wird, wie funktioniert so eine Nominierung und wer wird überhaupt nominiert, warum wird er nominiert. Ich finde, das ist alles sowas von undurchsichtig und wirkt schon sehr Klüngelei mäßig und die Eintracht, wir kennen es ja, Kevin Trapp jetzt mal die einzige Ausnahme, der mitfand hat, aber der Rest, der wird ja gemieden wie das Weihwasser vom Teufel. Aber Bernd, sag mir mal einen, also die Diskussion hatten wir in der Vergangenheit oft, aber sag mir mal einen. Also jetzt ohne, also ich wüsste keinem, wo ich sage, okay, das ist ein Skandal. Klar ist es wirklich so, dass man das Gefühl kriegt, dass man, ja, die Eintracht ist nicht so ganz so beliebt, was das betrifft, das teile ich auch, aber es gab jetzt keine eklatante Fehlentscheidung in der letzten Vergangenheit, was Eintrachtsspieler betrifft, finde ich. Ja, ja, da hast du auch recht, auf jeden Fall, obwohl du auch sagen musst, was manche Spieler, die da jetzt nominiert wurden, verstehe ich persönlich dann auch wieder nicht, dann kannst du auch sagen, warum wird dann nicht mal ein Eintrachtsspieler auch wieder nominiert, um einfach ein bisschen Gleichgewicht in der Liga zu halten. Gut, jetzt, während, jetzt aktuell, meiner Meinung nach, schon Da Costa hätte geben können und Schipka, als er bei uns wirklich gute Leistungen gezeigt hat, war auch ein Defizit in der Nationalmannschaft, da hättest du auch einen Schipka mal einladen können. Sind so ein paar Spieler, wo ich, aber bin ich schon bei dir, es ist eher, eher gering der Deutschanteil an Spielern, die auch in der deutschen Nationalmannschaft, ja, sozusagen hätten auflaufen können. Ja, ich glaube auch, also ich, ich sehe keinen Nationalspieler, wo ich sage, das verstehe ich halt überhaupt nicht, muss ich sagen, ist halt so, und im Endeffekt ist das halt trotzdem, glaube ich, so eine Sache, die oft auch so ist, ja, wo es aufs Spielsystem ankommt, da hat er einen Spieler irgendwie die Qualität, die der Trainer mehr mag und so, also. Stimmt schon. Wie gesagt, ich hätte mich für der Costa gefreut, aber so ein krasses Skandal fand ich jetzt nicht, wie es gemacht wurde, auch wenn ich es verstanden hätte, wenn er Nominier geworden wäre, also. Naja. Ambivalenz aushalten. Liebe Grüße an die Zambrine. Ja. Weiter mit den Fragen? Ja, gerne. Wie kann es sein, dass ein Grindel ein Interview abbricht bei völlig normalen Fragen? Das kann nicht sein, eins zu eins, also da stimme ich ihm vollkommen zu, das ist ein Skandal und das war fast schon Comedy-mäßig. Das war, ja. Hat aber Grindel Gott sei Dank das offengelegt, was er eigentlich nie zeigen wollte mit seiner schmierigen Art. Ja, er hat die Maske fallen lassen. Genau. Hat es einfach immer wieder probiert, schmierig, schmierig, du wusstest aber, nein, du bist nicht, so wie Tuchel ungefähr. Irgendwann fällt halt die Maske. Ja. Das da passiert. Nächste Frage, wieso darf Löw noch Nationaltrainer sein? Weil es ein guter Trainer ist, hat man in Holland gesehen. Okay, da habe ich mich jetzt in den letzten Spielen zu wenig mit der Nationalmannschaft beschäftigt, um das zu beurteilen. Außer die Nummer mittestigen, die verstehe ich auch nicht, aber ich finde auch, das ist ähnlich wie La Costa. Ich hätte auch verstanden, wenn man ihn entlassen hätte. Kann aber auch, würde aber auch denken, okay, man kann es auch so sehen, dass man sagt, man gibt ihm eine neue Chance, der hat es bewiesen. Der wird sich Gedanken machen, wenn er sich jetzt wieder ein bisschen anstrengt, wenn er so ein bisschen wieder diese Motivation kriegt. Der hat die Mannschaft, der hat mutige Entscheidungen getroffen, das habe ich gefeiert. Der hat gesagt, er tut diese faulen Äpfel aus der Mannschaft raus. Hummels, Müller, Boateng, die vielleicht so bis das Binnenklima nicht so gut waren, hat Eggestein dazu geholt, fand ich cool. Sané, Gnabry, Leroy Sané, da ist er auch über seinen Schatten gesprungen. Er hat diesen Fehler, den er gemacht hat, eingesehen und das ist auch eine Qualität. Also ich bin kein Löw-Fan, aber ich würde ihn jetzt auch nicht verteufeln. Also 2 zu 1. Wieso muss man Mitglied im Coca-Cola-Fan-Club inklusive Gebühren sein, wenn man vergünstigt Karten für ein Nationalmannschaftsspiel haben will? Da würde ich sogar gerne unentschieden wählen, weil ich kann ihn da verstehen, das ist Schwachsinn. Man darf nicht vergessen, dass man aber auch eine günstigere Eintragskarte kriegt, wenn man Eintragsmitglied ist. Ja. Okay. Ich kenne die Praktiken im DFB-Fan-Club-Nationalmannschaft nicht, auch wenn ich mal ein Jahr dort teilgenommen habe, aber das hat andere Gründe. Nächste Frage ist, wieso wurde eigentlich diese Diskussion um den Standort Frankfurt nicht weitergeführt in Sachen Länderspielvergabe? Wurde nicht versprochen, dass man hier ein Topspiel bekommt, was wurde denn daraus? Berechtigte Frage. Ja. Ist auch nie irgendwie wieder an irgendeiner Spiele der Diskussion gekommen. Genau, und gerade nicht, wenn man dann sieht, was da in Wolfsburg sich für ein Trauerspiel gespielt hat. Genau, das ist ja die nächste Frage, wieso wurde nie hinterfragt, warum man in Wolfsburg ein Spiel veranstaltet. Das ist ja quasi, es schließt sich da ja so ein bisschen drin an. Ja. Ja, und dann fragt er zum Schluss wieder, wann darf dieser Jogi Löw endlich seinen Hut nehmen? Das hast du ja schon aus deiner Sicht beantwortet. Also ich würde sagen, ich bin dreieinhalb zu drei gegen ihn. Tut mir leid, weil ich auch freut. Auch schön. Gut. Wir lassen die Nominierung trotzdem zu und die Hörer können ja dann entscheiden. Also da läuft schon mehr als genug. Er hat ja auch oben gleich gesagt, als Dummschwitze möchte ich gleich den gesamten DFB nominieren. Das kann man auf jeden Fall schon mal ein Haken haben. Ja, ja, also da gibt es nichts, was man irgendwie an irgendeiner Stelle hinterfragt. Da hätte ich mir nur andere Punkte gewünscht, lieber Freund. Ja. Gibt es noch tausend andere. Ja. Ja, gut, aber vielleicht hat dann einfach irgendwann der... Ja, stimmt, Kakao, den haben wir auch noch gar nicht auf der Liste, den können wir hier gleich noch dazu nehmen. Ich mache erstmal die restlichen hier durch. Und die nächste Nominierung, da kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich es mir noch nicht angeguckt habe. Und zwar kommt die Nominierung von Ed Hackklötzje. Und zwar nominiert er den ARD für die plumpe Panikmache in dieser Reportage zu Hooligans im Fußball. Weil ich selbst bin, obwohl ich es mir mehrmals vorgenommen habe, noch nicht dazu gekommen, das Video zu gucken. Ich weiß nicht, ob es ihr gesehen habt. Leider, ich habe es auch leider noch nicht gesehen, nein. Basti? Was denn? Ich habe gar nicht zugeguckt. Diese Reportage von der ARD zu... Report München anscheinend. Genau, Report München. Das habe ich mir... Naja, ich habe gesehen, welche Tendenz das geht schon in dem Text vorher. Ja. Da habe ich es mir schon gar nicht angeschaut. Okay, also ist die... Auch wieder Grüße an die Zambrina, die mit ihrem Buch dafür gesorgt hat, dass ich mich von solchen Sachen fernhalte, um meine Energie in positive Energie umzuwandeln und an lohnenderen Stellen einzusetzen. Ja, dann keine Grüße an Zambrina, weil die ganze Kategorie hier macht nur Sinn, wenn Basti sich schön aufregen kann. Das geht so nicht. Nie wieder solche Bücher schenken. Das muss sich doch aber auch lohnen. Was soll ich mich über... Ein Wuser, bitte. Pissigen Beitrag da. Ich reg mich über die richtigen Players auf. Ja, vielleicht ist es dann... Hoffen wir das Nagelsmal noch auftauchen. Schauen wir mal. Dann vielleicht der nächste. Und zwar ist uns ganz frisch vorhin reingeschickt worden von EdSpidey75. Und zwar der Herr Schatzschneider. Kommt für mich nicht in Frage, dass ich von Leuten geführt werde, die sich von Leuten wählen lassen, die im Stadion Gewalt ausüben und Pyrotechnik machen? Ja, was soll man dazu sagen? Der ist der Fahrer von Martin Kind. Mehr brauche ich, glaube ich, zu dem Herrn nicht sagen. Ja, das ist demnächst Fahrer von Uli Hoeneß vielleicht. Ja. Konos. Ja, großartig. Dann haben wir als nächstes eine Nominierung von EdSuperBet1980BVB. Ralle Rangnick für seine wunderbare Aussage, was war es irgendwie mit Bolzplätzen, haben wir genug. Aber die dicken Kinder gehen ja nicht raus, sondern sitzen lieber zu Hause vor der Playstation. Genau. So ist es. Ja. Ralf. Schade. Blöd gelaufen, Playstation abschaffen. Ja. Thematik ist ja an sich gar nicht so übel im Sinne von mehr Bewegung etc. Aber es ist halt wie der Typ, ich Ralle Rangnick so scheiße rübergebracht, dass du wirklich sagen kannst, das ganze Ding in die Torte schmeißt. Ja, weil dann soll er mir Statistiken bringen. Das ist es. Diese Diskussion, ich weiß es doch auch nicht. Ich kann ja jetzt auch nicht nur, weil es Rangnick ist, sagen, das ist falsch. Dann will ich aber Statistiken haben und nicht so ein populistisches Gebabbel, weil ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass heute mehr Kinder Fußball spielen als früher. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man kann ja auch beides machen. Ich habe zum Beispiel beides gemacht. Ich habe im Verein gezockt und habe trotzdem Playstation gespielt. Und dass ich kein Profi geworden bin, lag mir sicher nicht an der Playstation. Sollte man vielleicht lieber die ein oder andere Bar schließen. Ja, sehr gut, sehr gut, genau. Kann vielleicht auch nicht so sehr schaden, ja. So, und dann haben wir noch eine letzte Nominierung von den Hörern bekommen. Die kam für ihn auch ganz frisch rein von Ed Dave Mitchell und er nominiert Conny Winkler. Keine Ahnung, ob es der richtige Name ist. Ist zumindest der Name, der im Twitter-Profil steht. Klingt wie ein alter Torwart von 1860. Ja, seines Zeichens Moderator, Sport- und E-Sports-Journalist. Und der sagt, 80 Millionen für einen Spieler ausgeben, aber verteufelt ihr mal ruhig weiter Vereine wie Leipzig, die mit der Kommerzialisierung ja den Fußball kaputt machen. Ja. Genau, er hat es verstanden. Ja, genau. Er ist ja Moderator und E-Sports-Journalist, der hat es natürlich verstanden. Nein, das ist, was ich meine. Man muss gucken, an welchen Stellen sich das lohnt, aber was soll ich mit so einem, also was soll man mit so einem entgegnen? Der ist ja in der fußballkulturellen Debatte noch nicht in Erscheinung getreten und scheint ja eher jemand zu sein, der nur darauf gewartet hat, bis sowas ist, um das dann zu sagen. Das ist wie, ich war zwar noch nie auf einem selber, aber ich stelle mir das so wie im Elternabend vor, wo eine engagierte Gruppe diskutiert. Und der eine ist, acht Elternabende dabei, wartet nur, bis eine Sache schief geht und brüllt dann rum. Wo ich mir denke, ja. Danke, mein Lieber. Hättest du vorher mal was gesagt? Ja, also ich kann dir bestätigen von Elternabenden, ich war auf dem einen oder anderen, das läuft ungefähr genauso ab. Du bist der, der dann rumschreit nach dem achten Termin oder was? Nee, ich war derjenige, der kopfschüttelnd nebendran saß und dachte, what? Ich wäre derjenige, der nicht da ist, weil die Eintracht der Oberpokale spielt. Ja, richtig. Ja, diese Termin, also glücklicherweise waren bislang Elternabende meistens an Montagen, da war das dann einfach. Ja. Damit sind die Hörernominierungen durch und ich schiebe meine Nominierung direkt nach und zwar den von Basti gerade eben schon angesprochenen Herr Kakao für seine absolute Unfähigkeit. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Ja. Also ich finde das so eine Kackdreistigkeit von Dennis, dass er meine Rechtschreibfehler in unserem Google-Doc jetzt gerade korrigiert hat. Diese teuflische Groß- und Kleinschreibung. Ja, 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 ja. Von dem, was ist Kakao? Integrationsbeauftragter? Von dem man die ganze Zeit nichts gehört hat. Von dem man nichts. Jetzt muss das rauskommen mit der Aussage, das verstehe ich nicht. Nichts gehört hat und dann dieses Ding da versucht wegzulächeln mit von wegen, es ist ein Einzelfall, aber ich habe mir die Aussagen auch gar nicht angehört, weil ich weiß das ja. Ey, geh Cornflakes zählen, Mann. Nein, aber dann äußere dich doch nicht. Du hast dich doch die ganze... Wenn ich ehrlich bin, wusste ich das gar nicht mehr, dass er das ist. Ich habe es auch schon wieder verdrängt und mir wäre es auch nicht gewesen, ich hätte es nie wieder erfahren. Jetzt wissen die Leute plötzlich wieder, dass er das ist. Das ist wie wenn hier ein Haus ist, was die ganze Zeit am Schimmeln ist. Ich bin irgendwann mal als Hausmeister installiert worden. Jetzt, wo es aber am schlimmsten ist, wissen die Leute schon gar nicht mehr, dass ich der Hausmeister bin. Die denken, ich wäre ein normaler Bewohner und ich lasse dann mit den anderen Bewohnern über den Hausmeister. Und plötzlich vergesse ich, mein Schild abzumachen und denke, ach so, du bist hier der Hausmeister. Naja, so, melde dich doch nicht, Digga. Bleib doch da, kassier deine Asche. Kann ich ihm nicht mal vorwerfen, ich würde so einen Job auch annehmen. Wenn die sagen würden, hier Basti, du bist ab jetzt XY-Beauftragter beim DFB, du musst eigentlich nichts machen. Da würde ich sagen, ja vielen Dank, mache ich. Ich melde mich auch nicht mehr, will meinen Gehaltscheck haben. Wenn irgendwas ist, stelle ich mich auf ein Foto und das war's. Kann man ja verstehen, aber dann bitte nicht auf diese Weise, weil ich... Da fühlt man sich trotzdem so ein bisschen verraten, in dem Sinn, dass man denkt, ja, da wird pseudomäßig wenigstens was getan. Das kann ja wenigstens manchmal wenigstens eine Symbolik haben. Das dann so einzureißen, zu denken, okay, das ist ja eine komplette Fehlbesetzung, der rafft ja überhaupt nichts. Ich finde, Stefan Reich hat das gut zusammengefasst bei Fußball 2000 am Montag. Der wird nicht umsonst den Spitznamen Helmut haben. Grüße an beide. Dabei. Was habt ihr denn noch an Nominierungen? Basti, du hattest gerade eben schon einen angesprochen. Herr Nagelsmann. Ja, ich will Nagelsmann nominieren für die Aussage. Tatsächlich, als er irgendwie eine Frage gestellt bekommen hat zur Nationalmannschaft, hat er wirklich geantwortet. Und ich habe gedacht, ich muss das Zwei-Quellen-Prinzip, ich kenne von 93 nur das halbe Quellen-Prinzip eigentlich, aber hier habe ich wirklich mehrere Quellen bemüht, er hat das wirklich gesagt. Er hat gesagt, ich werde aber auch zu jedem Scheiß befragt. Das ist die letzte Person auf der Welt, die so eine Aussage treffen darf, weil er äußert sich halt aber auch ungefragt zu jedem Scheiß. Was ich von dem schon alles gehört habe. Ich weiß, dass der Putenleoner kauft und dass er Silvester nicht mag. Und dass er gerne mal zum Bäcker geht und zwölf Körnerbrötchen kauft, das hat er auch schon mal gesagt. Aha, so. So einer, der solche Sachen erzählt, fragt uns dann rhetorisch, ich werde aber auch zu jedem Scheiß befragt. Muss man nicht verstehen, verstehe ich auch nicht, verstehe ich zu. Ja. Stranger Typ passt eins zu eins nach Leipzig. Wenn die beiden sich treffen, Rangnick und Nagelsmann. Ich sehe die Bestseller-Romaner schon in den Regalen stehen. Ja, die könnten so einen Verschwörungspodcast zusammen aufnehmen. Wie heißt der? Alex Jones oder wie heißt der? Ja. Ja. So eine Sendung machen die irgendwann. Verschwörung hinter jeder Ecke, nur gegen sie. Gegen sie beide. Gottes Willen, das kann ich ja jetzt schon nicht aushalten. Das muss ich wirklich ignorieren. Da muss die Zambrine, nochmal dritte Grüße heute an Zambrine, Star unserer Sendung heute. Da muss ich mir noch ein Buch schicken, wenn das soweit ist. Da brauche ich es Teil 2, wenn die beiden zusammentreffen. Als Hörbuchleiter. Aber Leipzig arbeiten. Ach, Scheiße. Und Minzlaff ist ja auch noch da. Wenn jetzt noch Timo Werner verlängert und Yusuf Paulsen bleibt. Boah, das Filos auf einem Haufen. Wir schenken dir dann als Gegenbewegung die Biografien von den drei Erstgenannten. Sehr gut. Feine Sache. Danke. Dennis, hast du noch eine Nominierung? Nein. Nein. Gut. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr geht auf eintracht-podcast.de, sucht euch da die Folge 345 und stemmt ab, wer aus eurer Sicht den Dummschwärzer der Woche dieses Mal verdient hat. Und dann werden wir nächste Woche auflösen, wer hier den Gesamtsieg oder den Etappensieg geholt hat. Den Gesamtsieg gibt es ja immer erst am Ende des Jahres. So, und dann brauchen wir jetzt was, um den Kopf wieder freizukriegen. Und dafür schwenken wir um zur guten Tat. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, und da haben wir diese Woche zwei Dinge, die uns vorgeschlagen wurden. Und die habe ich auch beide hier reingenommen. Und zwar einmal der André Vogt wurde uns vorgeschlagen. Und ich finde das auch gut für diese Schilderung dieser Erlebnisse in Wolfsburg. Ich glaube, es gibt keinen, der dieses Video nicht gesehen hat. Und das war ja quasi auch der Auslöser für diese absolut unnötige Aussage oder Reaktion vom Integrationsbeauftragten des DFB. Ich finde es gut, dass er das gemacht hat, also dass Vogt das gemacht hat, das nochmal klar, also dass er sowohl im Spiel da zur Stellung bezogen hat und sich da positioniert hat, aber auch dann am Ende das nochmal klar macht. Ich glaube, das hat ihm auch sowohl viel positives Feedback als auch sehr viel negatives eingebracht, aber danke an, dass es Menschen gibt, die das tun. Und die zweite gute... Respekt, weil ich hätte es nicht aushalten wollen, was danach kam, weil man weiß es ja schon. Ja, also da muss viel, wie man es leider momentan erlebt, ist so diese komplette Diskussionskultur, falls es sie denn jemals überhaupt wirklich gab, total den Bach runtergegangen. Und wenn man sieht, was da, was die Leute dann noch berichten, was sie da an Reaktionen danach bekommen, dann... Von daher, wie du schon sagst, doppelt Hut ab, dass man trotz dessen, dass man weiß, dass es wahrscheinlich so kommen wird, trotzdem dann auch aufsteht und sich positioniert. Und damit kommen wir auch so ein Stück weit zum zweiten oder zu den zweiten vorgeschlagenen für die gute Tat der Woche und zwar auch von mehreren Hörern und Hörerinnen genannt und ich schließe mich dem auch an, Julia Reda und ihr Team für das Kämpfen gegen diese EU-Urheberrechtsreform. Es scheint jetzt nahezu verloren, es gibt noch so eine Mini-Chance, dieses Ding irgendwie da durchzu... oder abzuwenden, aber... Na gut, aber in den... was man wichtig sagen muss, weiter kämpfen, weiter machen, denn es muss ja in nationales Recht umgewandelt werden noch und entsprechend in den verschiedenen nationalen Verfahren nochmal angepasst werden und da kannst du natürlich auch diesen Weg nochmal deutlich exakter und deutlich, ja, ich nenne es jetzt mal nutzerfreundlicher gestalten und nicht nur diesen dämlichen Upload-Filter, wie es ja so schön genannt wird, zu etablieren. Das bringt ja zumindest den Nutzern kein bisschen was. Okay. Also erstmal nochmal an dieser Stelle danke an Julia Reda und ihr Team, dass sie das getan haben, auch gerade wenn man sich dann die Videos von diesen Statements, die ja dann da im EU-Parlament getroffen, wurden oder vorgetragen wurden, anhört, wie sie als eine, die wirklich Ahnung hat vom Thema und sich auch mit den Details und mit den Umsetzungen inhaltlich beschäftigt hat, von, wie sagt man das so schön, alten weißen Männern da irgendwie ständig irgendwie Kommentare reindrücken lassen muss, die ganz augenscheinlich eigentlich keine Ahnung haben, wovon sie reden. Dann noch mehr Respekt dafür. Es gibt noch eine Mini-Chance, wie Dennis schon gesagt hat, da darf man jetzt nicht zurückstecken, ähm, es sind auch Europawahlen am 26. Mai. Von daher von mir aus, jetzt schon mal die Aufforderung, macht euch Gedanken, überlegt euch das, bildet euch eine Meinung, klammern auf, dass was auf diesen Wahlplakaten steht, ist keine Meinung, ja. Klammer zu, kümmert euch drum und vor allen Dingen geht wählen und wählt mit Bedacht. Wenn ihr am Ende zu dem Ergebnis kommt, äh, die Union oder die SPD zu wählen, dann ist das eure Entscheidung. Ich würde es nicht tun, aber wählt, geht bitte wählen und lasst nicht irgendwie dann wieder da so ein, was zu, einfach weil ihr sagt, es bringt nichts, es bringt sehr wohl. Und seid im Vorhinein laut, äußert eure Meinung, zeigt, dass ihr im Endeffekt, was der Weg sein kann, äh, denn auch so zwingt ihr natürlich entsprechend auch die großen Parteien, sich irgendwie dazu zu äußern und im Endeffekt dann auch, äh, ja. Weiß man nicht, ob man das will, wenn, muss ich sagen. Weil diese Reaktionen machen einen ja noch wütender. Ja, aber auf der anderen Seite hast du dann da auch wieder... Von bezahlten Demonstranten, äh, also, ich hab auch was vergessen, Axel hört uns gerade live zu, liebe Grüße an meinen 93-Bruder, der hat natürlich, äh, Axel Voss nominiert, Problem ist, ich kann das nicht so gut transportieren, aber alleine die Aussage, die er mir geschickt hat, die er scheinbar getroffen hat, wenn ich in einem geschlossenen Kreis von sagen, nehm mal 500 Leuten ein Video oder einen Film poste, dann ist das eine Privatkopie, ähm, der musste ja scheinbar durch völlige Ahnungslosigkeit durch diesen ganzen Kram getanzt sein. Ja, ist er auch, hat er an mehreren Stellen bewiesen. Ja, und ich, das ist so dieses Problem, du hast das Gefühl, und ich hab da nur rudimentäres Wissen, und wenn ich das Gefühl schon hab, der Typ hat nicht alle Latten am Zaun, und das ist komplette Lobbyarbeit, und auch diese Aussagen, die er getroffen hat, da sind Demonstranten, ja, das sind bezahlte Demonstranten von den großen Konzernen, bla 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 bla, obwohl nach meinem Verständnis die großen Konzerne die einzigen sind, die sich da rausballern können aus dieser Nummer, und dann im Endeffekt wieder die kleinen Leute, die am Arsch sind, keine Ahnung, ich kenn mich mit dem ganzen Kram sowieso nicht aus, ich mach eh, was ich will und schau, was in meinem Briefkasten landet. Das Problem ist, die CDU zeigt sich in letzter Zeit wirklich so, da gibt's momentan echt nicht mal mehr viel zu diskutieren, das gab's ja früher, früher konntest du wirklich dich diskutieren, du konntest dich reiben, SPD, CDU, Grüne, FDP sogar teilweise noch. Also den Hashtag nie wieder CDU, kann man fast schon so stehen lassen, finde ich, an ganz, ganz vielen Stellen mittlerweile, nicht nur was so Digitalpolitik betrifft, sondern auch generell, wenn du auch. Andere Dinge, das ist, weil ich hab's Gefühl, durch diesen gefühlten, der ist ja teilweise wahrscheinlich aber auch so, ich glaub, der wird durch diese Öffentlichkeit nochmal wieder überhöht, dieser Rechtsruck, der in Deutschland ist, dass plötzlich normal sein kann, dass du wieder rechte Parolen und Positionen haben kannst. Ich hab das Gefühl, dass diese Partei jetzt den Drang verspürt, diese Stimmen, die sie wieder an der AfD verloren haben, wieder zurückzuholen. Das ist brandgefährlich, Leute, das ist brand, brandgefährlich, wenn das dann eine Mainstream-Partei macht, mit teilweise echt merkwürdigen Aussagen, wo ein völlig durchgedrehter Peter Griffin 5 Millionen Euro dafür kriegt, um Abtreibung nochmal von vorne zu untersuchen. Boah, da wird mir Angst und Bange, wenn ich dann sehe, dass Rainer Wendt bei Seehofer da steht und die reden über mehr Polizei und so und die grinsen nicht einen ab und ich sehe Rainer Wendt und das Einzige, woran ich denken muss, dass ich dem gern so gerne wegflacken würde, der alles und jeden anmacht, auf die populistischste Art und Weise und als rauskam, dass er einfach völlig illegitim Bezüge kassiert hat und da hat er sich nie wieder zugeäußert. Das macht mich massiv aggressiv, ich probiere mich und das ist zwar auch feige von mir, probiere mich aus solchen Sachen echt so ein bisschen rauszuziehen im Sinne von, okay, ich gebe schon ein Statement ab, so wie jetzt hier auch. Ich probiere mich aber da nicht irgendwie auf Diskussionen einzulassen, weil das würde ich, glaube ich, von meiner aktuellen Konstitution, dass sie einfach auch ein bisschen schuld, das würde ich nicht aushalten. Ich könnte es nicht aushalten, deswegen finde ich gut, was du gesagt hast, gute Tat der Woche, was die Dame gemacht hat, weil ich kann mir vorstellen, wie zermürbend das auch sein muss und ich bewundere sie so sehr in diesem einen Ausschnitt, den ich zumindest gesehen habe, wie unfassbar souverän die geblieben ist, obwohl der eine einfach was dementiert hat, um das dann doch wieder zu sagen. Ach hier, der Typ von der, wie hieß er, Kasachie oder irgendwas von der CDU oder Kaspari, der diese 450-Euro-Geschichte da aufgebracht hat. Ja, ja, aber der sagt eine Sache, das hätte er nicht gesagt, dann sagt er das gleiche nochmal. Dann sagt er das gleiche nochmal, ja, ja. Und da denke ich mir, das wäre der Moment, wo ich einfach zum zweiten Mal in der jüngeren Vergangenheit mal ein Handy verloren hätte, weil ich hätte es ihm echt gegen den Kopf geworfen, einfach. Ja, aber es ist. Das würde ich nicht aushalten und deswegen bewundere ich solche Leute, die das können, weil ich könnte das nicht, wenn sich einer vor mich stellen würde, so wie Trump das ja auch macht, das ist ja wirklich so ein Phänomen, was von Trump wirklich auf viele, viele Bereiche abgefärbt ist. Ich könnte das nicht aushalten, wenn sich da einer hinstellen würde und ich wüsste, der labert einfach bewusst, scheiße, dementiert das, damit es irgendwie eine Schlagzahl gibt, um dann wieder das gleiche zu sagen. Da würde ich verzweifeln, das würde ich nicht aushalten, deswegen bin ich hoffentlich auch noch nicht in der Politik, weiß ich nicht, bewundere ich, deswegen unterstütze ich diese Nominierung. Voll. Es ist halt echt traurig, wenn man dann halt auch weiß, dass sie bei der nächsten Europawahl nicht antritt. Nach fünf Jahren hat sie genug, was wahrscheinlich auch einfach mit an dem Konstrukt, wie dieses Parlament und wie da Politik betrieben wird und dann ist es halt doppelt schade, wenn man da jemanden hat, der nicht nur fachlich kompetent ist, sondern auch mit den weniger kompetenten Menschen und Schreihelsen da umzugehen und dass die Person dann quasi da aufhört, das macht es halt irgendwie doppelt traurig. Und weil im Chat gerade eben nochmal die Frage kam, wegen SPD, die hätte ja am Ende auch gegen die Sachen gestimmt. Das ist richtig, sie hat am Ende dagegen gestimmt, sie hat es aber halt vorher auch verbockt, weil im Koalitionsvertrag steht ganz klar drin, dass man das in Deutschland nicht haben will und sie haben es nicht durchgezogen und die liebe Frau Bali im Rechtsausschuss hat das Ding vorher auch befürwortet. Also die hätten vorher genug Chancen gehabt, da irgendwie drauf zu bestehen. Und wenn man jetzt diese ganzen Spielchen hört, die zeigen, dass dieses positive Stimmen für diese Urheberrechtsreform quasi das Geschenk an Frankreich ist und dafür dieses Ding mit dieser Gaspipeline da irgendwie kommt, dann ist das auch so ein bisschen sehr viel Geschachere auf dem Rücken von mindestens fünf Millionen Unterschriften, die gegen das Thema waren, wo ich auch sage, da hättet ihr euch auch vorher mal drum kümmern können und nicht auf den letzten Metern. Das macht mich so ein bisschen traurig an der Stelle. Ja. Es ist frustrierend, was wirklich dafür sorgt, dass ich glaube, ich bin noch nicht der Einzige, der sich probiert, da so ein bisschen rauszuziehen, weil es macht dich wirklich wütend. Da braucht es irgendwelche Leute und das sind die Warnhelden, die das trotzdem aushalten, die eben sich nicht zurückziehen, sondern das ist ja nicht nur dieser Bereich, sind ganz, ganz viele Sachen, also ganz, ganz viele Sachen, wo wirklich Dinge laufen, wo man das Gefühl hat, die Diskussionskultur ist völlig kaputt gegangen. Jeder wartet nur drauf, bis er anderen Fehler macht, dann schmiert er eben was aus Brot, dann erzählt er, dann macht der Gegenseite auch noch Fehler, lässt dich zu was hinreißen, bla bla bla, dann diskutierst du wie beim Brexit, die diskutieren seit zwei Jahren, als wenn es nur das geben würde. Weißt du, es gibt ja noch andere Sachen, worum man sich kümmern muss. In den USA genau das Gleiche. Da gibt es Städte, da kannst du kein Wasser mehr trinken, weil das verseucht ist und die, weiß ich nicht, untersuchen irgendwelche anderen Sachen oder was weiß ich, betreiben Lobbypolitik und da und da. Das ist derart frustrierend überall, dass, boah, weiß ich nicht, das macht mich fertig, wenn ich das hochrechne und ich weiß nicht, was passieren soll. Keine Ahnung, wo da mal irgendwie eine Lösung ist, weil ich habe die Angst, die ich habe, dass das die einzige Lösung ist, dass Menschen erst wieder mal auf die Fresse fliegen müssen, bis die es raffen, anstatt das vorher zu verhindern. Ich habe das Gefühl, es muss an irgendeiner Stelle irgendwo knallen, dass man sich wieder beruhigt. Weil diese Probleme, die offensichtlich momentan gefühlt existieren, sind so groß nicht. Der Wolf wird eure Kinder nicht fressen, Alter. Es ist so, klar, da ist es ärgerlich, weil das Schaf ist vielleicht 300 bis 1000 Euro wert. Ist blöd vielleicht, kann ich auch verstehen. Muss man dem auch lassen, wenn er das blöd findet. Aber dass dieses immer, dieses Gehype von irgendwelchen Sachen und dann regen die Leute sich auf und dann kümmern die sich da drum und wer hat wen umgebracht und boah, das strengt mich an, ey. Da muss man sich wirklich nur noch rausziehen. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein, wenn jeder nur noch sich in seine Dings zurückzieht. Ja, das ist richtig. Keine Ahnung, ich bin auch ratlos. Schade, dass man aber nicht da ist. Der würde mich jetzt wieder runterholen können. Tja, aber der muss Gitarre üben. Ist halt so. Gut, dann haken wir dieses Kapitel dann auch ab und kommen dann zum letzten und da müsste der Intro-Clip hier liegen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, da haben wir auch wieder ein paar Empfehlungen für euch. Und die ersten drei, die wir hier auf der Liste haben, sind uns von Hörern geschickt worden. Und zwar die erste von Stefan. Ähm, der Hinweis, dass es am 4. April im Kurtheater in Bad Homburg nochmal eine Vorführung des Eintracht-Pokalfilms, äh, gibt. Ähm, ich glaube irgendwas, er hat irgendwas geschrieben, 500 Plätze oder irgendwas gibt's da. Und man würde sich freuen, wenn da vielleicht der ein oder andere noch hinkommt. Also wer da prinzipiell in der Nähe wohnt und den Film noch nicht gesehen hat oder noch sehen will. Vorführungsstart ist um 19.30 Uhr. Ich hau euch die Links sowohl, ähm, vom Kino Bad Homburg als auch von dem Facebook-Event, macht man ja heutzutage so, in die Shownotes und dann könnt ihr da mal draufklicken. Ich hab jetzt mal, ich hab mal was ganz anderes. Kann ich mal kurz was einwerfen? Ja. Ich hab jetzt mal eine Empfehlung auf, auf andere, auf, 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 auf einem anderen Weg, also quasi, ja, spiegelverkehrt. Ich hätte gerne eine Empfehlung von den Hörern, weil ich bin da nicht ganz durchgestiegen. Ich hab's so mit dem Handy so probiert zu schauen, ein Kinoprogramm. Es ist doch jetzt dieser Film rausgekommen von dieser Mannschaft, die da abgestürzt ist. Ich weiß gar nicht, Nossa irgendwas, ich weiß, unser Team Nossa irgendwas, also von dieser brasilianischen Mannschaft. Die Leute, die es wissen, die werden, wissen, wie der heißt. Der lief auch scheinbar auf dem 11mm Filmfestival. Kann sein. Und jetzt lief der angeblich einmal, einmal nur, um 20 Uhr hier in Frankfurt und jetzt nicht mehr. Leute, die aus Frankfurt sind und raffen, ich hab's überhaupt nicht gerafft in diesem Überblickding, weil ich war, glaube ich, seit dem Eintracht-Film, wo ich selber die Karte nicht mehr gekauft hab, seit 800 Jahren nicht mehr im Kino. Wo kann ich denn rausfinden, wo dieser Film läuft? Gibt's da irgendwelche Internetseiten? Vielleicht könnt ihr mir das mal bei Twitter zukommen lassen. Ich will unbedingt diesen Film sehen, weil ich hab den Trailer gestern mit einem Kumpel gesehen. Grüße an Herrn Lossner. Wir haben innerhalb von den zwei Minuten Trailer mussten wir schon dreimal anfangen zu flemmen. Einmal traurig, einmal emotional, einmal rührend. Also, boah, das ist so eine unfassbare Geschichte. Den Film will ich auf jeden Fall sehen, egal auf welchem Wege. Ja, okay. Also, wenn da einer was hat, dann bitte einmal an Basti schicken oder hier irgendwie in die Kommentare hauen, dann findet er es da auch. Okay. Dann machen wir mit den Vorschlägen unserer Hörer weiter. Das nächste kommt von Julian, und zwar weist er darauf hin, dass es bei Radio X ein Interview mit Axel Hellmann gab, ist eine Stunde lang, und er hat uns da den Link geschickt, wo man sich das anhören kann. Und dann haben wir von Marco geschickt bekommen den Text von Gianni Costa zu Grindl, veröffentlicht bei RP Online. Ich hab ihn nur stichpunktartig gelesen, aber ich fand den extrem gut. Also, wer da noch mal so ein bisschen was haben will, der kann sich das da auch noch mal durchlesen. Ja, und dann würde ich ganz dreist unsere vielleicht nicht so ganz optimal ernst gemeinte Aufnahme empfehlen, die wir am vergangenen Wochenende bei der Subscribe getätigt haben. Basti, Marvin und ich waren am Wochenende bei der Subscribe. Das ist so eine Podcaster-Konferenz, und wir haben uns dann mal eine halbe Stunde zurückgezogen und haben das ein oder andere in ein Mikro gesprochen, und ihr könnt es euch mal anhören, und am Ende hätte ich gerne von euch mal eine Einschätzung, was Realität ist und wo wir einfach maßlos übertrieben haben. Jonathan Frakes, haben sich unsere Autoren einen Chat mit Ihnen gelaufen? Oder ist das im 16. Jahrhundert in Minnesota wirklich so passiert? Ja. Es ist großartig, ich hab's mir danach noch mal angehört, ich hab lachend auf den Boden gelegt. Ich hab das auf der Rückfahrt beim verspäteten Zug übrigens, ich bin nicht ganz, ich muss so Late-Takeout bezahlen. Köln mich am Samstagabend gefressen hat, liebe Russe. Ich bin mir nicht sicher, ob Köln dich gefressen hat, oder du einfach große Teile von Köln gefressen hast. Die einen sagen so, die anderen sagen so, die Wahrheit wird wie bei vielen in der Mitte liegen. Auf jeden Fall bin ich erst im 19. Jahrhundert, hab mir das auch nochmal angehört. Das ist schon arg abstrus. Aber hat irgendwie was für mich. Vielleicht ist der eine oder andere, ich sag's mal so, es ist für Kenner. Leckerbissen, genau. Dennis, hast du's schon gehört? Nein, 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 ich hab's noch nicht gehört. Ja, dann. Ich freue mich schon drauf. Hör's dir mal an und liebe Hörerinnen und Hörer, ernst gemeint, wenn ihr das geil findet und wenn ihr sagt von wegen, ey, sowas braucht man in der heutigen Zeit öfter, ich glaub, Basti und Marvin wären nicht abgeneigt, des Öfteren mal sowas zu machen, da könnte man ein eigenes Konzept draus machen. Sag doch mal, was ihr davon haltet. Sehr gut. So, und dann hat Dennis hier gerade noch eine Empfehlung reingeschrieben. Ja, während ihr bei der Subscribe wart und Basti noch im Endeffekt die Nachwirkungen des Samstagsabends sich hoffentlich nicht durch den Kopf gehen lassen hat, war ich bei... Das war der Freitag. Ah, okay. Noch besser. Noch besser. Letzten Sonntag Mathildas Glaskuchen bietet nun einen schönen Brunch an. Ach, so ganz. Zumindest ab und an. Bis jetzt waren zwei Termine terminiert. Diese Wochenende am Sonntag nochmal. War sehr gut. War toll. Alles frisch. Alles lecker. Alles prima. Coole Leute. Und ja, wenn ihr Zeit und Lust habt, einfach mal anrufen. Vielleicht ist noch ein Plätzchen frei. Und wenn natürlich das Interesse auch entsprechend groß ist, kann ich mir vorstellen, dass das auch in die Regelmäßigkeit übergehen wird. Ja, also ich bin am Sonntag tatsächlich auch da. Haben sich also unerwartet viele Freunde angeschlossen. Das heißt, wir werden vor dem Stuttgart-Spiel, bevor wir einen Jokio-Kiosk gehen, wie das Tradition ist, um 12 Uhr da auch hingehen, weil Dennis mir das auch empfohlen hatte. Ich habe schon gehört, dass Dennis und Mareike es sehr gefallen hat. Ja, war gut. War sehr gut. Es gibt schlechte, dass vorher im Eintracht-Spiel nochmal ein bisschen was zu essen. Aber Basti, ich erinnere mich nachher, warst du nicht derjenige, der irgendwie mal vor längerer Zeit über dieses Thema Brunch und wie kann man sonntags zu so einem Brunch gehen? Ich habe ja auch gesagt, ich gehe um 12 Uhr dahin. Eigentlich hätte ich um 10 Uhr aufstehen, beziehungsweise um 10 Uhr mich fertig machen sollen, um Punkt 11 da zu sein. Das habe ich abgelehnt. Außerdem unter uns gesagt, ich hoffe, es hören nicht so allzu viele Leute zu. Ich gehe natürlich auch dahin, weil die Eintracht spielt, weil ich dann weiß, okay, ich muss eh raus. Weißt du, was ich meine? Und wir haben, ja, ich muss ja, ab ich jetzt um 3 Uhr am Jocker bin oder um 12 Uhr, das macht den Bock auch nicht mehr fett. Anders hätte es ausgesehen, wenn ich Samstagabends, wenn die Eintracht Samstags gespielt hätte, dann hätte ich auch einen Brunch um 14 Uhr abgelehnt. Also wir merken uns, Basti mag Late Checkout im Hotel und Late Check-in beim Brunchen. Das Lustige war, ich habe, als ich nach Hause kam, original, da habe ich mich ausgepackt, blablabla lag noch hier und habe noch einen geraucht und lese einen Artikel vom Rapper Jizzis, dem Ähnliches passiert ist, der auch nicht aufstehen konnte und bei dem sind die sogar mit der Polizei da rein spaziert. Da habe ich noch Glück gehabt. Im Hotel einmarschiert, weil er das Zimmer nicht rechtzeitig räumt. Weil er sich geweigert hat, hat gesagt, geh weg. Ich habe vielleicht ähnliche Dinge gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich später aufgewacht bin, als ich hätte draußen sein sollen. Ja, verstehe. Kann passieren. Kommt in den besten Familien vor. Alles gut. Großartig. Ja, dann haben wir das Kapitel der Empfehlung hier an dieser Stelle auch abgeschlossen. Ich haue euch auch hier für die Links soweit verfügbar in die Shownotes. Wenn ihr Empfehlungen habt, wann dieser Film, wie heißt der? Ich glaube, Nossachapé oder irgendwas hatte ich gerade gelesen. Genau. Wenn ihr wisst, wie ich an den rankommen kann, wo der ausgestrahlt wird, wo man sich den vielleicht auch käuflich erwerben kann, ist ja auch eine Option, dann bitte einmal Feedback an Basti. Ja, ich habe noch eine Empfehlung. Heute geht es hier richtig rund. Jetzt lohnt sich das Intro. Ja. Enzo, Axel und ich, bekannt aus 390, Funk und Fernsehen, sind nominiert für den Podcastpreis in der Kategorie Sport. Und wir haben erfahren in der Einladung, dass er drin stand, ab 22 Uhr. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Halle heißt Unperfekt. Das Unperfekthaus, das ist mitten in Essen gegenüber vom Einkaufszentrum. Okay, René, weiß es sogar besser als ich. Auf jeden Fall kann man da ab 22 Uhr auch ohne Karte zum Feiern hingehen und wenn nicht die Hölle zufrüht, werden wir natürlich diesen Preis in der Hand halten und können Leute in Essen und Umgebung könnten uns gerne dort begleiten und mit uns anstoßen. Morgen 22 Uhr dort. Ja, starke Nummer. Größe. Ich hoffe sehr, dass ihr den gewinnt. Ich habe zumindest ganz oft, wie mir das vom Herrn Axel natürlich aufgetragen wurde, für 390 abgestimmt. So muss das sein. Und nicht für den Rasenfunk, weil der hat ja schon einen Preis gewonnen, der braucht ja keinen zweiten, ist ja total hirnrissig. Also von daher, sollte es wirklich so sein, dass ihr den Preis nicht bekommt, dann lag es definitiv nicht an mir. Das möchte ich an dieser Stelle erwähnt haben. Sehr gut. 390 Army. Natürlich. Ja, genau. Ja. Genau. Also wie gesagt, Unperfekthaus ist mitten in Essen, da ist Einkaufszentrum gegenüber mit Parkhaus und Dings und da sind immer ein paar Kneipen um die Ecke, das ist so mitten in der Innenstadt. Naja, mit dem Auto solltet ihr nicht unbedingt. Ja, ich sag's ja nur. Da sind aber auch Bahnen, der Bahnhof ist quasi hinter dem Einkaufszentrum über die Straße, da ist der Bahnhof. Also ist alles ganz easy da. War da schon. Gut, haben wir es dann jetzt oder hast du noch einen, bevor ich jetzt hier wieder versuche in die Abmoderation einzubiegen? Jetzt lass ich dich nur. Ich frag mal, ich frag mal Axel, ob er noch was hat. Warte. Das dauert dann jetzt einen Moment. Warte, hast du noch was? Dann hau ich noch einen hinterher. Ach, guck mal hier. Zur Überbrückung, um Axel die Möglichkeit zu geben, zu antworten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr diese Folge hier hört, aber andernfalls aus dem Hause des aufstrebenden Musiklabels Fußball 2000 ist ein ganz grandioser Song rausgefallen, der Hinti Army Song. Seit heute verfügbar auf YouTube in Kürze vermutlich auch in den CD-Regalen in angeschlossenen Musikgeschäften, falls es sowas heutzutage noch gibt, ich weiß es nicht. In ihrer Spotify. Oder in ihrer Spotify-Playlist. Who don't know. Ganz großartig. Zweieinhalb Minuten auf YouTube. Ich schwanke immer noch so ein bisschen hin und her zwischen purer Freude und absolutem Fremdschämfaktor. Aber es hat auf jeden Fall großen Unterhaltungswert. Ja, das ist klasse, auf jeden Fall. Jetzt reihe, rollen die Dinger hier rein. Es hört nicht auf. Die Sendung hat über, wie überwetten, dass die nachfolgende Sendung verschieben sich ein wenig. Ich habe gerade von einem Kumpel, der noch nicht weiß, dass ich leider nicht dabei bin, aber hat mir bei reisenexklusiv.com. Wenn du da unter Lissabon gehst, um die Inspirationszone und runter scrollst, gibt es ein Instagram-Bild von einer Straßenbahn in Lissabon. Wenn man genau hinschaut, steht oben links auf der Straßenbahn getaggt, UF97SG. Jetzt schon. Stark. Okay. Sehr, sehr stark. Und ich habe noch was. Eieieiei. Axel hat tatsächlich geantwortet, er empfiehlt 390 am Montag. Zu Recht. Warum? Weil wir Dr. Hüttel zu Gast haben werden. Ja, großartig. Der sich zu den aktuellen Entwicklungen in Hannover äußern wird. Und es gibt eine weitere, als wenn ich 390 genug Überraschungen parat hätte, es gibt eine weitere Überraschung für die 390-Elite, würde ich mal sagen. Da ist wirklich viel dabei. Montagnacht kommt das. Großartig. Großartig. Viel los zur Zeit. Viel, viel, viel los. Sendung mit Dr. Hüttel gerade sowieso mehr als empfehlenswert, der dieses ganze Hannover-Thema da nochmal so ein bisschen einsortiert. Jetzt muss ich schon wieder hier so eine Schnittmarke setzen, um Bastis Zigarettenanzündgeräusch rauszunehmen. Mann, lass es doch drin. Ist authentisch. Ja. Also gut. Montag 390. Ihr nehmt Montag auf. Ich habe dich gerade richtig verstanden. Axel, Autos liegen dann quasi in der Nacht noch raus. und man kann es dann ab Dienstagmorgen zum Frühstück hören. Hervorragend. Das ist Dienst am Kunden, meine Damen und Herren. Dabei, dabei. Dabei, dabei. So, dann biegen wir jetzt aber wirklich komplett endlich mal in die Abmoderation hier ein. Sehr gut. Wir danken euch für das viele Feedback, für den wunderbaren Support, den ihr immer wieder da lasst über Social Media, über die Kommentare im Blog, über E-Mail, wo ihr uns hier Dinge schickt für den Dummschmerzer, für die Empfehlung. Wir danken euch auch für den Support, den ihr Monat für Monat bei uns auf unserem kleinen Spendenkonto da lasst. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch ein wunderbares Fußballwochenende. Viel Glück allen, die versuchen, an dieser Euroleague-Lissabon-Ticket- Thematik teilzunehmen und diese am Ende schaffen, da vielleicht sogar ein Ticket rauszubekommen und auch noch einen halbwegs günstigen Flug und Hotel. Ja, und dann würde ich sagen, melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Eidreise. Ich habe noch was. Nein, Spaß. Wieder. Nächste Woche dann wieder mit Marvin dafür ohne Basti. Macht's gut. Halt zurück! Hey! Hey! Es geht nach Frankfurt! Hey! 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 Es geht nach Frankfurt! Hey! Hey! Es geht nach Frankfurt! Hey! 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 Es geht nach Frankfurt! Hey! 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 Es geht nach Frankfurt! Hey! Hey 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 Hey